Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Landesverbandes Brandenburg, der Piratenpartei. Einen richtigen Namen dafür gibt es noch nicht, deswegen wollten wir am Ende der Sendung nochmal darüber diskutieren, wie man ihn nennen könnte, aber wir wollten es jetzt einfach mal offen lassen und wollten daher anfangen. Das heißt, unser Podcast ist jetzt der erste dieser Art für den Landesverband Brandenburg und das ist auch gleichzeitig etwas ganz Besonderes, weil er beschäftigt sich mit dem Jahresverblick für das Jahr 2011 aus der Sicht der Piratenpartei in Brandenburg. Und deswegen, um mich nochmal kurz vorsichtig zu stellen, mein Name ist Sven Pinke, bin Pirat seit 2011 und ich habe heute als Gast auch Pirat, schon etwas länger als ich, Christoph Brückner. Brückmann. Brückmann, Entschuldigung. Ja, einen Brückner haben wir auch, das ist der Heiko. Nee, Quatsch, Brücker. Aber egal, ja, Christoph Brückmann ist mein Name. Ich bin ursprünglich auch in Brandenburg Pirat gewesen, inzwischen in Potsdam. Und der Podcast ist natürlich auch von daher etwas Besonderes, weil er unser erster ist und weil hier noch alles schief gehen kann. Von daher sind wir sehr gespannt, wie sich am Ende das Ganze anhört. Ja, wir haben viele spannende Themen gegliedert nach Chronologie. Das heißt, wir fangen an im Februar, weil im Januar gab es wohl scheinbar nichts Interessantes. Und die geht dann weiter, wir werden reden über die neue Landesgeschäftsstelle, die wir noch gar nicht so lange haben, über den Wahlerfolg in Berlin und wie der sich auf Brandenburg ausgewirkt hat. Und dann am Ende schauen wir mal, was das kommende Jahr so für uns bereitet. Und das Erste, was wir so auf der Liste zu stehen haben, ist der Landesparteitag in Cottbus. Da muss ich jetzt dazu sagen, da war ich noch gar nicht Mitglied. Und vielleicht kannst du mir ein bisschen mehr dazu erzählen, was da eigentlich genau gelaufen ist. Kann ich machen. Und zwar haben wir auf dem Landesparteitag in Cottbus unser altes Programm über den Haufen geworfen, was wir bis dahin hatten und uns ein neues Grundsatzprogramm gegeben. Das war nämlich unser Programmparteitag. Das hatte verschiedene Gründe. Zum einen, unser altes Programm war relativ schnell zusammengestrickt, war nicht wirklich grundsätzlich. Da standen Zahlen drinnen von aktuellen Arbeitslosenständen oder ähnliches. Und man konnte halt Dinge dort drin lesen, die halt in wenigen Monaten, Jahren halt vergangen sind. Und unser Grundsatzprogramm soll ja eigentlich immer für eine ganze Weile gelten. Und von daher haben wir unser Programm quasi da nochmal neu gestrickt. Ich weiß nicht, soll ich ein bisschen was erzählen, was wir geschlossen haben? Was war denn so der Grund, warum das jetzt über den Haufen geworfen wurde, dass da jetzt, sag ich das mal so, grundneu aufgearbeitet wurde? Was war denn da so der ausschlaggebende Punkt? Also es war kein Grundsatzprogramm. Es war eher ein Wahlprogramm, was sich teilweise sehr redeartig gelesen hat. Also eher was fürs Podium, wo man halt so, was weiß ich, die Ziele für die nächsten fünf Jahre vorstellt oder vier Jahre die nächste Wahlperiode vorstellt. Und ein Grundsatzprogramm soll ja wirklich grundsätzlich sein. Das soll Ziele enthalten, die sich die Partei gibt für die nächsten zehn, zwanzig, dreißig Jahre. Wo wollen wir hin? Wo wollen oder wie verordert sich die Partei? Was will sie irgendwann mal erreichen? In welcher Gesellschaft wollen wir quasi uns hinbewegen? Und da war ja, zu dem Zeitpunkt hatten wir ja im Landesverband nur halb so viele Mitglieder, wie wir momentan haben. Die hatten, was waren dann so die wichtigsten Themen so zu dem Zeitpunkt? Sag mal, umso weniger Mitglieder man hat, dann sind ja vielleicht die Themen so ein bisschen konzentrierter. Also ich sag mal, umso mehr Mitglieder du hast, umso mehr Ideen fließen ja auch immer ein. Das heißt, wenn du halt doppelt so viele Leute hast, hast du eventuell doppelt so viele Ideen. Deswegen würde mich jetzt mal interessieren, was hat sich denn da so unter den Personen, die da mitgewirkt haben beim Landesparteitag, was hat denn sich da so rauskristallisiert, was so die wichtigsten Themen im Landesverband sind? Naja, die wichtigsten Dinge sind ganz klar die Beteiligungsansätze, dass eben Demokratie und Beteiligung an der Politik wieder deutlich besser von den Bürgern wahrgenommen werden kann. Und zum anderen die Transparenz, dass die Daten, die die Verwaltung haben, die Daten, die Politik, unter welchen Bedingungen Politik verhandelt wird, wirklich offen gelegt werden, sodass sich jeder davon eine Meinung bilden kann und andere neue Schlüsse und Ideen daraus entwickeln kann. Das ist eigentlich so, die grundsätzliche Philosophie, die gab es damals mit der Hälfte der Mitglieder hier so in Brandenburg und die hat sich ja im Grunde nicht wesentlich verändert. Nein, das sind eigentlich die Sachen, die immer noch recht aktuell sind, also weswegen man immer noch um die Piratenpartei eintritt. Genau, aus meiner Sicht. Es mag ja sein, dass das manchmal... Es gibt natürlich verschiedenste Gründe, warum man in die Piratenpartei eintreten kann. Die können dann programmatischer Art sein, aber das ist ja eher so die Grundphilosophie, dass man sich einfach auf einfache Art und Weise beteiligen kann und mitmachen kann und wenn man die Zeit eben hat, sich voll und ganz einbringen kann und das ist eben das, was man bei anderen Parteien nicht so einfach kann, weil man sich dort eben durch die verschiedenen Hierarchie-Ebenen erst durchkämpfen muss und bei der Piratenpartei gibt es eben flache Hierarchien, da ist der Vorstand eben nur ein organisatorischer Vorstand und diese Grundansätze haben wir nochmal so ein bisschen auf dem Parteitag in ein Programm gegossen. Hinzu kamen dann verschiedene andere Dinge, wie zum Beispiel Datenschutz, verschiedene Dinge aus dem Bereich Bildung und Wissenschaft, ein kurzes, knackiges Wirtschaftsprogramm und ein paar Dinge zum Sozialen, da haben wir auch den Reset-Antrag, den Recht auf Existenz und sichere Teilhabe, den wir zuvor auf dem Bundesparteitag in Chemnitz beschlossen haben, auch ins Brandenburger Parteiprogramm übernommen. Dann hatten wir uns ein paar Punkte zur Umwelt und Energie uns zu bauen und Verkehr gegeben. Und wenn ich jetzt so sehe, wie andere Landesverbände ihr Programm so stricken, ich sage mal Berlin war ja nun wirklich auch sehr erfolgreich und wurden da bereits schon Sachen von anderen Verbänden übernommen, wenn man sagt, ja auch gerade bei den Piraten, gute Ideen kann man ruhig kopieren. Hat man das da zu dem Zeitpunkt schon gemacht oder hat man sich da mehr versucht, auf eigene Ideen zu stützen? Teils, teils. Also es gibt gewisse Dinge, die sind wirklich geklaut oder kopiert. Eben den Reset-Antrag, den ich gerade angesprochen habe, kurz, der kommt vom Bund, der kommt ursprünglich aus Berlin. Dann gibt es aber auch eigene Dinge, die wir komplett eigens entwickelt haben. Das ist zum Beispiel das Umweltprogramm oder also so ziemlich alles eigentlich aus dem Umsatzprogramm haben wir selbst uns nochmal neu erdacht. Ja, sehr kontrovers. Vielleicht auch ein bisschen das Wirtschaftsprogramm. Da hatten wir, das ist halt bloß ein kurzer Absatz. Und da gab es schon ordentlich Diskussionen und ordentlich Pfeffer. Aber viele Dinge waren auch ziemlich einvernehmlich, zum Beispiel Bauern und Verkehr. Naja. Wie du auch schon gesagt hast, Umwelt, also ich sehe auch immer, Umwelt ist eine ziemlich breit tragende Rolle bei den Piraten. Man sagt ja den Piraten immer so eine extreme Internet-Affinität nach. Und ich sage mal, man kann ja ziemlich grob einigen Parteien immer ein Schlagwort zuordnen. Das ist jetzt bei den Piraten da eigentlich mal Internet und bei den Grünen wäre das jetzt Grün. Aber bei den Piraten würde genauso, äh, bei den Grünen wäre das Umwelt. Entschuldigung. Aber was ich mal so feststelle, das sehe ich auch da am Programm, dass Umwelt auch bei den Piraten enorm groß geschrieben wird. Da fällt mir gerade ein Zitat ein von dem Chefredakteur vom Stadtfernsehen Brandenburg gegenüber Sven Weller, als er bei Oberbürgermeisterkandidatur interviewt wurde. Äh, sie sind ja grüner als die Grünen, war das Zitat. Und, äh, das zeigt sich ja auch in anderen Aktionen. Ich sage mal, äh, um mal gleich zum nächsten Thema zu kommen. Wir hatten, dieses Jahr war ja, war ja wirklich von Katastrophen so gebeutelt. Und gerade Anfang des Jahres, äh, ist natürlich keiner so schnell vergessen, gab es die unglaubliche Katastrophe in Japan, das, äh, Kernkraftwerk, äh, Fukushima, was da vom Tsunami überrollt wurde. Und, ähm, da ließ es natürlich auch die Piratenpartei, sag ich mal, nicht locker, oder das hat die nicht kalt gelassen. Weil, weil, gerade weil, weil, nicht weil dieser, weil dieser Aspekt, äh, Umwelt, und zwar auch Kernenergie, was man wirklich eher so den Grünen zuschreiben würde, was doch bei uns eine unglaublich zentrale Rolle spielt eigentlich, ja. Das würde ich, also ich persönlich, bevor ich der Piratenpartei beigetreten bin, habe das gar nicht so, äh, wahrgenommen, dass die sich dafür so, so krass einsetzen. Aber dann gab es ja dann auch, äh, diverse Mahnwachen im Land Brandenburg, äh, die sich dann damit, äh, im Gedenken an die Opfer der Japan-Katastrophe auseinandergesetzt haben. Genau. Also, wir haben selbst, zum Beispiel, in der Stadt Brandenburg, gemeinsam mit den Grünen die, äh, Mahnwache hier organisiert. Ähm, da gab es Mahnwachen in ganz Deutschland, und die Piraten waren an vielen beteiligt, auch in Brandenburg. Ähm, und haben teilweise selbst mit organisiert. Ja, ähm, ich glaube, das hat niemand kalt gelassen, was damals in Japan passiert ist. Ähm, also, gerade wir Piraten haben das, denke ich mal, relativ schnell, äh, mitbekommen, eben übers Internet, über Twitter, über die neuen Medien, da erfährt man ziemlich schnell ziemlich viele Fakten, und am Fernsehen, da, äh, dauert es eben dann doch ein bisschen länger. Ähm, und, ähm, ja, das Umweltthema ist, denke ich, bei den Piraten auch ganz wichtig. Denke vor allem, wenn es in den Bereich Energie geht, wie es ja bei der Kernkraft ist, ist, weil, ähm, ohne Energie läuft in unserer Gesellschaft im Grunde nichts mehr. Ähm, ohne Energie fährt kein Auto, ohne Energie geht natürlich auch kein Internet, geht keine IT. Ähm, von daher muss man sich natürlich als Pirat auch überlegen, ähm, wie die Zukunft aussehen soll, ähm, wie wir sicherstellen können, dass eben die Gesellschaft weiterhin, ähm, von, ja, von, ja, von Energie versorgt werden kann. Ähm, von arbeitiger Energie, das ist halt. Ja, und, ähm, also wie wir weiterhin Energie bekommen, ähm, ohne uns zu sehr in irgendwelche Zwänge zu begeben. Ähm, einerseits den Zwang Atomkraft zu nutzen, was eben eine extrem gefährliche Technologie ist, wie man ja in Japan wieder sehen konnte, ähm, wo die Langzeitfolgen noch gar nicht absehbar sind, von dem Unglück, was in Japan passiert ist, oder, ähm, wenn es andererseits, ähm, Ressourcen sind, die eben vergänglich sind, wie zum Beispiel Öl und Kohle, äh, die eben in absehbarer Zeit aufgebraucht werden, seien, ähm, da müssen wir uns halt überlegen, äh, wie geht es in der Zukunft weiter, und wie kann man schnellstmöglich eine unabhängige Energieversorgung herstellen, um, ja, um die Gesellschaft weiter zu entwickeln. Ja, um die Versorgung noch zu gewährleisten, die zukünftige, na, dieses Jahr, Technologie wird ausgereifter, China, et cetera, Staaten im Osten verbrauchen immer mehr Energie, und die Ressourcen, die sind, äh, erst mal begrenzt. Also gerade, wenn man sieht, äh, Atomausstieg, äh, auch Kohlekraftwerke umschwenken, das ist ja nun auch nicht das, was man will. Das ist ja nun, äh, als, 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 wie wenn man da, weiß ich nicht, wenn man da für eine Lösung ein neues Problem abfindet. Genau, genau, und, äh, was ich noch sehr kritisch sehe, ist halt, da hatten wir, wir hatten ja dieses, dieses Jahr den vorerst letzten Atommülltransport nach Gorleben, da hatten wir ja auch, äh, in Brandenburg, äh, also ich weiß zumindest von einer Anwache, die es, äh, ne, da gab es mehrere Anwachen, ich habe an einer teilgenommen, sage ich mal so, da weiß ich von der, und, äh, da gab es dann auch, äh, extreme Proteste, äh, ich weiß, dass, äh, Piraten, äh, da in Scharen auch hingefahren sind und, äh, dagegen demonstriert haben. Äh, es ist ja nicht nur die, die gefährliche Nutzung, wie man halt, äh, schon durch mehrere Reaktorkatastrophen erfahren hat, das ist ja auch die, äh, wirklich schwierige Endlagerung, ich sag mal, das ist ja, äh, auch wieder so ein Umweltaspekt, den man wirklich ganz schwer zu händeln weiß, ich sag mal, äh, Gorleben, der Salzstock, äh, ist ja nachgewiesenermaßen eigentlich nicht geeignet für eine Endlagerung. Ähm, trotzdem, äh, es ist relativ ungesichert, der Atommüll, Atommüll am, an der Oberfläche. Und wer weiß, was da geschieht. Einlager kann man es da wahrscheinlich nicht. Ja, selbst die CDU und die FDP scheinen es langsam zu begreifen, weil irgendwie, äh, soll es ja jetzt wieder eine offene, äh, ergebnisoffene Suche geben, nach einem Endlager, wo aber Gorleben immer noch eine wichtige Rolle drin spielt, obwohl das ja eigentlich schon als nicht geeignet, äh, angesehen wird. Aber naja, da werden wir sehen, wo es hingeht. Äh, ich bin ja der Meinung, dass man, äh, das, den Atommüll überhaupt nicht endlagern sollte, sondern einfach nur sicher zwischenlagern sollte. Aber, ähm, weil immer irgendwas passieren kann, dass man das ganze Zeug wieder rausholen müssen kann, so wie es eben zum Beispiel in der Asse, äh, der Fall ist, weil dort versackt das Ganze ja jetzt in diesem, ähm, durchnässten Salzstock und kann dort quasi auslaufen und sonst was anrichten. Ja, das ist natürlich extrem gefährlich. Ist natürlich auch so eine Frage, warum man das eigentlich erst, äh, durch halb Europa schicken muss, um das irgendwo zu endlagern, wenn, äh, die Lagerung direkt neben dem Reaktor genau sinnvoll wäre. Genau, also im Moment ist es, äh, genauso sinnvoll oder, oder sinnlos, das durch die Gegend zu, äh, fahren, als wenn es, wenn man es direkt, ähm, neben dem Atomkraftwerk abstellt. Weil, äh, in Gorleben steht es ja im Moment auch nur oben an der Oberfläche rum und, äh, wartet irgendwie auf, auf, auf Besserung in irgendeiner Art und Weise, die momentan noch nicht in Sicht ist. Ja, kommen wir dann aber zu einer doch etwas erfreulicheren Meldung in unserem Jahresrückblick. Und zwar hatten wir im Mai die Liederbuchaktion unterstützt. Das ist, äh, das ist, äh, eine sehr schöne Aktion, wie ich finde. Es gibt dabei, äh, ich sag mal, es ist ja wirklich mit der GEMA schon, äh, extrem ausgeweitet geworden. Also, dass man inzwischen in der U-Bahn GEMA-geschützte Lieder nicht mal mehr laut singen darf. Also, dass mir da jemand, dass mir, ich sag mal, ein Konzert fortschreibt, äh, was ich mit meiner eigenen Stimme nicht, äh, sagen darf. Es ist, es ist, es ist ja, es grenzt ja schon gegen die freie Meinungsäußerung. Es ist krass. Und, äh, dann gab's ja in der Vergangenheit, äh, ich weiß nicht, wann der, der erste Fall war. Da wurde gerichtlich einem Kindergarten erstmals untersagt, äh, dass GEMA-geschützte Lieder von den Kindern dort nicht laut gesungen werden durften. Und es wurde dann auch ausgeweitet. Und, wie ich weiß, war, dass die Musikpiraten, die da in dieser Aktion gestartet haben, mit diesen GEMA-freien, äh, Liedern in Form eines Liederwuchs. Hm. Jetzt hab ich jetzt noch nicht gehört, dass man das, äh, da untersagt wurde, dass die das singen dürfen. Das hatte ich, äh, das hatte ich in irgendeiner Internet, in irgendeiner Internetzeitung hatte ich das mal gelesen, dass das wohl wenn gerichtlich angeordnet wurde, dass man da dann nicht mehr GEMA-geschützte Lieder laut singen darf. Das war, äh, ja, dann haben sie wahrscheinlich, durften wahrscheinlich nicht von dem, äh, kopierten und nicht bezahlten Blatt ablesen, absingen oder weiß ich was. Das mag auch sein. Genau, ich hab das vor langer Zeit mal gelesen. Die genauen Einzelheiten hab ich auch nicht mehr im Kopf, aber ich hab ungefähr so in Erinnerung, dass das so war. Ähm, äh, im Grunde geht's ja um, darum, dass, ähm, Liederbücher, die halt, äh, von Verlagen an Kitas verkauft werden, ähm, wenn dort Kopien gezogen werden, dass diese Kopien quasi gemeldet werden müssen an die GEMA und dafür ein Betrag bezahlt werden muss. Ähm, und dieser Betrag wird dann wieder irgendwie über irgendwelche Mechanismen von der GEMA an die Künstler, beziehungsweise an die Verlage zurückgegeben, eher an die Verlage, die Verlage geben es dann vielleicht, wenn die Künstler noch ein bisschen was ab. Ähm, und der Verein Musikpiraten e.V. hat sich gedacht, meine Güte, was soll der ganze Scheiß, ähm, wir machen jetzt ein Liederbuch und machen dort nur, ähm, Liederreihen, die wirklich keine Rechte mehr, keinen Rechten mehr unterliegen. Also, äh, wo das, das Urheberverwertungsrecht quasi abgegolten ist, wo die Künstler länger als, ähm, 70 Jahre verstorben sind. Und in diesem Kinderliederbuch, da gibt es dann so Lieder drin wie, ach, Mensch jetzt, lass mir die lügen. Ich glaube, ich weiß, ich kenne Lieder, sind, äh, auf der Mauer, auf der Auer liegt eine kleine Wanze, äh, ich und meine Laterne, sowas in der Art ist da drin. Genau, ganz bekannte Kinderlieder, die jeder kennt, die schon, äh, äh, ziemlich alt sind und... Aber die trotzdem noch sehr schön sind. Also, äh, ich hab mir, ich hab mir das Kinderliedbuch, äh, mit meiner Freundin zusammen durchgelesen und, äh, wir haben dann erstmal daraus gesungen, weil das uns echt an tolle Kinderlieder aus unserer Kindheit erinnert hat. Richtig. Genau, also das ist ein, äh, äh, ganz tolles Kinderliederbuch und es ist eben, äh, GEMA-frei, gemeinfrei vom, vom Verein Musikpiraten e.V., ein Verein, der teilweise aus Piraten besteht und teilweise aus anderen Leuten, die diese Aktion toll fanden, äh, produziert. Und das ganze Buch wurde, wurde durch Spenden finanziert und gedruckt und wird immer noch aktuell in ganz Deutschland verteilt, in allen Kitas. Und in Brandenburg haben wir diese Aktion anscheinend im Mai begonnen und aktuell haben wir ungefähr die Hälfte der Bücher verteilt. Und ich hoffe mal, dass wir es schaffen, nächstes Jahr den Rest zu verteilen. Ich hatte auch als Kritikpunkt gehört, um das mal kritisch anzumerken, es wurde ja irgendwie auch den Piraten unterworfen, dass sie damit Parteiwerbung, äh, betreiben, indem die, die Kinder, den Kindern, diese gEMA-freien Bücher dann unterjubeln, sozusagen, ähm, kann ich irgendwie nicht so ganz bestätigen, weil ich habe nachgeguckt und in dem Buch ist nicht einmal irgendwie von Piraten und Partei irgendwo die Rede. Doch, hinten bei den Spendern. Bei den Spendern, genau. Dann habe ich das übersehen. Aber, äh, es ist halt kein Piratenpartei-Buch. Da steht auch, äh, sind auch, das ist auch die Abo drin, oder, ähm, ich weiß nicht, wer da alles gespendet hat. Da stehen einfach nur die, äh, Spender drin, äh, die halt hohe Beträge gespendet haben. Die sind hinten noch aufgelistet, aber da steht jetzt nicht vorne Piratenpartei drauf oder, äh, irgendwas in der Art. Das ist ja, wie gesagt, von dem Verein der Musikpiraten, äh, gemacht. Und, äh, die Piratenpartei verteilt einfach die Bücher nur. Quasi als Logistik. Ja, und die, äh, die Idee halt dahinter, dass man, äh, gemeinfreie Bücher hat, die dann eben beliebig kopiert werden dürfen von den Kitas, wo sich niemand Sorgen machen muss, oh, kann ich das jetzt kopieren? Äh, muss, was muss ich jetzt aufschreiben? Okay, 50 Kopien oder so. Und dann das wieder irgendwie Bescheid geben an irgendjemanden, der da, ähm, das vermerkt und, äh, dann die Rechnung schreibt, je nachdem, an die Kita oder an die Landesregierung. Ähm, ja, das ist halt tierster Irrsinn irgendwie auch, äh, vom, vom, vom bürokratischen Aufwand, der dahinter steckt, nur um ein paar Kindern und ein paar Erziehern irgendwie das Leben, um mehr oder weniger schwer zu machen, äh, wenn sie denn da so ein, so ein Blatt, äh, Papier kopieren von, aus einem, aus einem, äh, Liederbuch. Ich finde auch, dieses, äh, Kinderliederbuch, das zeigt auch sehr gut, äh, ein Kernthema der Piraten auf. Das ist nämlich das Urheberrecht, oder besser gesagt, die Lockerung des Urheberrechts. Da habe ich auch, äh, letztens eine sehr interessante Diskussion verfolgt. Und es ist wirklich, wie du schon sagtest, 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers, äh, das ist schon eine enorm krasse Regelung. Wenn ich jetzt überlege, ich finde irgendwas, weiß ich nicht, ich finde Rolling Stones toll, die lange vor meiner Geburt schon weltberühmt waren, also schon Jahrzehnte davor. Ich bin Ende der 80er geboren. Und, äh, wenn die tot sind, weiß ich nicht, das könnte ich gar nicht mehr miterleben, dass, äh, dass es irgendwann mal, äh, urheberrechtlich dann, äh, geregelt werden würde, weil sie 70 Jahre nach, nach dem Mikrojeker da irgendwann mal vor einer Laterne springt, weiß ich nicht. Das ist ja, das ist ja totaler Irrsinn, sage ich mal, ja. Das, äh, da habe ich ja zu Lebzeiten nichts mehr von. Ähm, nein, zu Lebzeiten hast du da nichts mehr von. Ähm, und das, das Problem ist ja eigentlich nicht, ähm, dass, dass man das nicht, äh, also im Grunde ist ja diese, diese 70-jährige Urheberverwertungsrecht, man muss es ja trennen, das Urheberrecht ist ja, oder das Urheber, gibt ja dieses Urhebernamensrecht, was halt, ähm, immer den Künstler als Erschaffer dieses, äh, dieses Werks betitelt und dann gibt es noch dieses Urheberverwertungsrecht, was eben, äh, festlegt, dass der Künstler, beziehungsweise der Verlag, äh, die Verwertung, ähm, vollkommen bestimmen kann. Und, äh, das Problem ist, dass, dass man zum Beispiel von, von solchen Titeln ja auch, äh, keine privaten Kopien mehr wirklich machen darf, es sei denn, man nimmt die irgendwo, äh, mit einem Kassettenrekorder auf, aber was, was über Tauschbörsen oder sowas, da geht ja, da darf man ja nichts mehr, ähm, offiziell, ähm, miteinander tauschen, um sich, äh, Lieder anzuhören, ähm, und man darf diese Lieder dann auch nicht verwenden, um zum Beispiel seine Urlaubsvideos, äh, mit einem schönen Ton zu, ähm, zu verbinden und dieses dann wieder bei YouTube, äh, seinen Freunden zu zeigen, das ist dann nur Urheberrechtsverstoß und das ist halt auch schon ziemlich überzogen, also man macht jetzt kein Geld damit, man nutzt niemanden aus, ähm, und man darf das trotzdem nicht und da muss es einfach eine neue, andere Art geben, das zu regulieren, da hatten wir um, jetzt im Dezember ja auch den, äh, Parteitag in, in Offenbach und da haben wir ja uns auch ein neues Urheberrecht oder ein neues Programm zum Urheberrecht gegeben, ähm, ähm, ich hab das noch nicht gelesen, muss ich ehrlich sagen, ich hab das andere vom, vom Andy Pop, ähm, intensiv, ähm, ja, angesehen, aber das wurde ja nicht gewählt, sondern das vom, ähm, von dem Chef vom, vom Verein Musikpiraten und von daher war ich auch ziemlich sicher, dass das, äh, sicherlich auch eine gute Sache ist, ähm, wie heißt der nochmal, weiß ich jetzt auch nicht, ich, ich komm auch nicht drauf, ja, okay, dann kann das nicht so wichtig sein, ja, also, ja, na klar, also, das, das Thema ist quasi das Kernthema schlechthin, weil Piratenpartei ist ja der Name, er leitet sich, äh, von, von Pirate Bay eigentlich, ja, von der, von der ehemaligen Tauschbörse, genau, von den, von den bösen, äh, Piraten, in Anführungsstrichen, ähm, die Leute, die als Piraten bezeichnet wurden, waren, waren diejenigen, die Musik untereinander kopiert haben, um sich die dann anzuhören. Genau, aber das Piraten auch echt cool sehen können, wissen wir ja spätestens seit Johnny Depp in Fluch der Karibik und, okay, um mal wieder, um mal wieder ein bisschen ernst zu bleiben, wir hatten dann auch, ähm, ebenfalls im Mai, war dann der Bundesparteitag in Heidenheim, äh, das war ein Parteitag, äh, wenn man das so durch die Medien verfolgt hat, äh, der wurde so aufgefasst, als ob es da fast nur Männer gab, äh, in dem Fall ist das, was ich so in den Medien gelesen hab, äh, das wurde mal so gehypt, äh, die, die Männerpartei hat ihren, äh, Parteitag, äh, in Heidenheim und, äh, natürlich wurden dann nur Fotos gezeigt, äh, äh, wo die Frauen scheinbar wegretuschiert waren oder, oder wo einfach keine vorhanden waren. Ich hab... Meinst du jetzt Heidenheim und nicht Offenbach? Ich erinnere von Heidenheim. Okay. Offenbach war ja, äh, erst später. Genau. Na, Heidenheim, ähm, ja gut, kann sein, dass da die Medien auch, äh, gesagt haben, dass das irgendwie der Männerparteitag ist. Ja. Also ich, ich meine jetzt natürlich nicht, dass das stimmt, aber ich, ich glaube, es ist so echt, äh, also es war, es kam mir, äh, zu dem Zeitpunkt vor, als ob es ein schönes Klischee ist, worauf man, worauf sich die Medien da gegriffen haben zu der Zeit. Ich war nicht da, ich war noch nicht Mitglied zu der Zeit. Warst du da? Ich war da. Hm. Und kannst du das mit bestätigen? Na, ich kann natürlich bestätigen, dass die Piraten wenige Frauen als Mitglieder haben. Das ist, ist leider so. Das hat sich jetzt, äh, nach Berlin, denke ich, ein bisschen gebessert. Und da müssen wir noch an uns arbeiten, dass, äh, einfach, wir einfach attraktiver werden für mehr weibliche Mitglieder. Ja, das Problem ist ja eigentlich, äh, weniger die Piraten, dass sie wenig weibliche Mitglieder haben. Wir wissen ja gar nicht genau, wie viele weibliche Mitglieder wir in der Partei haben, weil wir das gar nicht, äh, erfragen. Das wird, äh, in der Anmeldung für die Mitgliedschaft, äh, ist das nicht erforderlich, irgendwo auszufinden, ob man männlich oder weiblich ist. Und deswegen gibt's da eigentlich gar keine Statistik drüber. Und das ist eigentlich was Schönes, finde ich. Weil ich finde das völlig überschätzt, äh, ich meine, was interessiert mich denn das, äh, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Ich hab, äh, ich hab vor einiger Zeit, äh, war ich in der Straßenbahn. Ich hab Straßenbahn gefahren, hab natürlich auch einen Fahrschein geholt bei fahrscheinlosen, äh, öffentlichen Nahverkehr. Gibt's ja noch nicht, wie wir den fordern. E jedenfalls erhing da so ein Plakat. Es war ein Werbeplakat von der Bundeswehr. Und, äh, seitdem es den Werdienst nicht mehr gibt, ist nicht übrigens gut, äh, na, da haben die wohl so ein bisschen Mangel an neuen Rekruten. Und, äh, da steht drunter, Frauen werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt eingestellt. Und ich weiß noch, wo ich, äh, bei der Bundeswehr war. Das war 2009. Äh, da wurde uns gesagt, äh, es wird eine, ein 50-50-Ausgleich bei der Bundeswehr zum Beispiel angestrebt, äh, von, äh, meiner Frauengehalt, dass es einfach gleichberechtigt ist, äh, aufgeteilt ist. Und dann sehe ich wirklich in dieser Werbeanzeige, Frauen werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt eingestellt. Wenn man sich jetzt überlegen würde, dass es irgendwo eine Werbeanzeige geben würde, wo draufsteht, Männer werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt eingestellt. Ich glaube, das würde einen riesen Aufstand geben. Und, äh, ich persönlich finde es gut, dass es bei Piraten, man sagt immer, Postgender zugeht, dass es da eigentlich egal ist, wer was ist, weil es hat, äh, denk schlecht, hat ja mit deinen Qualifikationen eigentlich nichts zu tun. Aber das eigentlich, jetzt muss man ab und ran, wir wollten eigentlich, wollten eigentlich über den Bundesverteiltag in Heidenheim sprechen. Wir schweigen ab. Okay. Das wollte ich aber nur schon immer mal gesagt haben. Ja, da gibt es, von Heidenheim gibt es aber auch ganz tolle Bilder, die das Gegenteil beweisen. Und zwar, ähm, hatten ein paar Piraten diese Idee von, von dem sogenannten Feschmob. Der Feschmob? Ja. Aber abgelandet aus Fashion und Flashmob. Ähm, und zusammengefasst Feschmob, da sind nämlich Piraten in Abendgarderobe am, am Samstag auf dem Parteitag, ähm, auf den Parteitag gekommen und haben davon auch ganz tolle Fotos gemacht. Und, ähm, da sieht man auf den Bildern auch deutlich viele Frauen. Und, ja, also, es gab auch Frauen auf dem Parteitag. Das kann man... Das war ja bloß mal, das war ja bloß mal eine Sache am Rande. Jedenfalls auf dem Parteitag wurde ja auch ein neuer Bundesvorstand gewählt. Ähm, ich weiß gar nicht. Der aktuelle Bundesvorstand. Ja, ja, der, der wurde, genau, der aktuelle Bundesvorstand. Ist da irgendeiner drin, der auch schon vorher im Vorstand war? Ich kann dir auch sagen, warum, warum ich das gar nicht so genau weiß, weil, äh, das ist auch da sowas Schönes bei den Piraten. Es gibt da einfach keinen Personenkult. Es gibt da einen Vorstand und du weißt eventuell, wer drin ist, aber es ist auch nicht schön, weil es nicht weiß, weil es ist einfach nicht so... Es sind sehr wichtig wie vielleicht in anderen Parteien. Ja, der Vorstand ist nicht so wichtig, weil er eben nur organisatorischer Natur ist. Ich muss mal eben gucken. Ähm, also es ist natürlich auch wichtig, dass man ein paar gute Leute hat, die in den Medien gut rüberkommen. Ich glaube... Die haben wir zur Zeit, echt. Und ich glaube, die haben wir. Also, ich glaube, äh, wir haben eben gerade schon mal eine kleine Männer-Frauen-Debatte gehabt. Wenn man sich anguckt, äh, wer sich da zur Wahl gestellt hat für den, äh, Bundesvorstand, es waren, glaube ich, über 20 Männer, die sich, äh, zur Wahl gestellt haben und genau zwei Frauen. Und, äh, die Frauenwahlquote, die lag bei 100%. Ich glaube, es waren drei Frauen, aber... Ich glaube, ich hatte letztens, äh, äh, gelesen, dass es zwei waren und die... Ich bin sicher. Und die wurden... Ich möchte nicht mehr behaupten, dass es zwei waren, weil es, äh, weil die Frauenwahlquote, äh, dann 100% betrug. Das heißt, die zwei Frauen, die sich das wahrgestellt haben, die sind doch, äh, in den Bundesvorstand gewählt worden. Da kommen wir wieder zu dem Punkt, bei gleicher Qualifikation werden Frauen bevorzugt eingestellt. Ich stehe davon aus, dass die gleich qualifiziert waren. Ich glaube, ähm, die Marina und die Gefion waren aber auch sehr qualifiziert. Ähm, Marina hat einfach einen überzeugenden Auftritt, äh, vor ihrer Wahl gemacht, der einfach mal, äh, ja, der war sehr bestechend. Die Kandidaturrede habe ich, ähm, Internet mir angeguckt. Die war wirklich, die hätte mich zu dem Zeitpunkt auch überzeugt. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, die war einfach wirklich gut. Und man sieht auch im Nachhinein, dass es wohl nichts Falsches war, weil, äh, die ist, äh, mittlerweile, also ich, das ist meine persönliche Einschätzung jetzt, das ist so, das, äh, äh, fast schon prominenteste Mitglied der Partei. Also wenn man sieht, äh, ja, Harald Schmidtschow bei, weiß ich nicht, glaube ich, Stefan A. war so, glaube ich, auch schon. Und, äh, dann, äh, kommt sehr viel rum. Also, äh, sehr beliebt in der Öffentlichkeit. Aber bloß, äh, wie sie selber sagt, ihre eigene Politik geht da so ein bisschen unter. Äh, sie wird eher so als Person dargestellt. Und, äh, als Lichtgestalt der Partei, was sie eigentlich gar nicht sein möchte. Ja. Das ist aber... Ja, also sie, äh, Sebastian und, und vor allem auch Christopher Lauer sind, glaube ich, die Mitglieder, die so am meisten im Fernsehen gezeigt werden. Ähm, 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 wobei Christopher Lauer ja jetzt kein Bundesvorstandsmitglied mehr ist, sondern, ähm, in der Berliner Piratenfraktion. Wir haben hier gerade mal die, die Mitglieder des Bundesvorstands, äh, die Seite im Wiki aufgemacht. Und um mal zu gucken, äh, wer aus dem alten Vorstand eigentlich noch im, im, im Vorstand in Heidenheim gewählt wurde. Und das war Bernd, sehe ich gerade. Bernd Schlömer war nämlich vorher Schatzmeister und war, wurde jetzt zum stellvertretenden Vorsitzenden. Ja. Also er konnte quasi die, zumindest die Erfahrung aus dem alten Vorstand einbringen. Ja. Und nach Heidenheim war es ja noch relativ ruhig. Ich denke mal, da konnten sich die Vorstände relativ gut einarbeiten, bis es dann vor Berlin und nach Berlin richtig losging und richtig Trouble war, mit Sicherheit richtig viel zu tun. Insbesondere für diejenigen, die halt, äh, auch von der Presse besonders angefragt werden, was ja dann vor allem Sebastian und Marina aus dem Vorstand sind. Naja. In Brandenburg haben wir auch seit der Berlin-Wahl einige Anfragen. Genau. In Brandenburg war Michael auch diverse Male im Interview. Du meinst jetzt Michael Hänsel? Michael Hänsel, genau, unser Landesvorsitzender. Der war auch diverse Male im Interview, zum Beispiel auch im rbb-Abendprogramm. Ich habe ihn, glaube ich, weiß nicht, wo habe ich ihn gesehen, war das Klipp und Klar oder? Ich habe ihn mal bei rbb auch gesehen. rbb-Abendschau. Abendschau. Genau. War er. Okay. Genau. Nach Berlin hat sich so einiges getan. Ich hoffe, das klicken hört man nicht, wenn ich hier rumklicke. Und wenn doch, dann... Wir behaupten einfach, dass es ein gewolltes Soundeffekt ist. Genau. Das ist ein Soundeffekt. Okay. Bundesparteitag. Was gab es dann noch außer die Wahl zum Bundesvorstand? Gab es da irgendwas wirklich Erwähnenswertes noch, was man jetzt unbedingt hervorheben müsste? Weil ich glaube, die... Also ich weiß jetzt gar nicht, wie viele beim letzten in Offenbach dabei waren, aber ich glaube, es waren doppelt so viele wie... Also ich meine, es gehört zu haben, dass es doppelt so viele waren wie in Heidenheim. Ich glaube, in Heidenheim waren 800. Also doppelt so viele waren es nicht. Aber es waren schon deutlich mehr. Und das auf einem Programmparteitag. Und aus irgendwelchen Gründen, mir nicht erklärlichen Gründen, sind Personenwahlparteitage immer besser besucht als Programmparteitage. Und von daher ist es schon, ja, beachtlich, dass jetzt auf dem Parteitag in Offenbach 1300 Mitglieder waren. Und in Heidenheim nur 800. Wir hatten ja dann auch... Aber das war ja vor der Berlin-Wahl noch. Ah, das war noch vor der Berlin-Wahl. Ich denke mal, das würde so ausschlaggebend gewesen sein. Der zweite Parteitag war ja auch recht nah an der Berlin-Wahl dran. Da war dieser Hype wirklich noch zu spüren. Der wurde ja auch, ich glaube, auf Phoenix gab es da auch eine echt, aus meiner Sicht, doch gar nicht so schlechte Reportage über den Parteitag, die live war. Der hat mir gut gefallen, der hat mich verfolgt, weil ich konnte... Ich hatte mein Arbeitswocheende da, ich konnte natürlich nicht nach Offenbach mitfahren. Und man konnte es auch trotzdem ganz gut verfolgen. Ich habe es über Streaming verfolgt und dann noch, wie gesagt, in der Reportage. Und das war schon... Man hat schon gemerkt, dass das ein bisschen was in der Luft liegt. Aber nichtsdestotrotz wollen wir mal ein bisschen weitermachen mit unserem Programm hier. Und zwar hatten wir im Juni... Da standen Wahlen an. Genau, das war die heiße Phase. Da standen nämlich in Brandenburg an der Havel und in Jüterbock Wahlen an. Und es war einmal die Wahl zum Oberbürgermeister in der Stadt Brandenburg an der Havel und die Wahl zum Bürgermeister in Jüterbock. Die jeweils kandidiert haben dafür Sven Weller von der Piratenpartei, der auch Landesvorstandsmitglied ist. Er ist dann nämlich der politische Geschäftsführer. Und dann noch Ron Matz, der als Bürgermeister für Jüterbock kandidiert hat. Weißt du, ob der irgendwie ein Amt hat? Der hat kein Amt. Der ist Basispirat. Der war mal im Landesvorstand. Der war mal. Das ist aber schon eine Weile her. Ja. Genau. Ich glaube, die hatten da noch gar keinen Kreisverband. Richtig. Haben sie immer noch nicht. Also Teltow Flaming hat noch keinen Kreisverband, aber mal schauen im nächsten Jahr. Aber der soll nächstes Jahr kommen. Es gibt ja schon... Wir haben ja eine Mailingliste in Brandenburg. Wir haben eigentlich für alles mögliche eine Mailingliste, aber wir reden jetzt mal von der von Brandenburg. Das muss man sich so vorstellen wie... einen E-Mail-Verteiler, wo man sich eintragen kann. Und dann kann man da halt sich Nachrichten austauschen. Und das ist gerade was Teltow Flaming betrifft. Da merkt man schon, dass die Leute das da wollen. Und ich denke mal schon, dass es da nächstes Jahr relativ zeitnah kommen wird. Schauen wir mal. Ich gehe mal von aus. Wir gucken. Wir versprechen natürlich nichts. Wir wollen nicht diese in dieses Jahr versprochen haben. Jedenfalls gab es diese Wahlen. Genau. Und bei den Wahlen, da muss auch eine ganze Menge vorbereitet werden. Genau. Ich sag mal, es ging ja von... Das fängt ja schon mal ganz einfach an Sachen an. Also ich sag mal, man muss erst mal zu so einer Wahl zulassen werden. Das geht ja eigentlich gar nicht ganz einfach hingehen und sagen, hier wird mich. Du musst dir erst mal... So viel ich weiß, mussten wir für Sven, habe ich noch Erinnerungen, da mussten Unterschriften erst mal gesammelt werden. Das war, glaube ich, das ist das erste auf dem Programmpunkt. Wie viele Unterschriften waren es denn? Also erst mal muss da überhaupt angemeldet werden. Da gab es eine Reihe von Formalien, damit er überhaupt Unterschriften Formalien sammeln darf. Dieses Prozedere ist im Grunde bei allen Bürgermeisterwahlen gleich gewesen. Man muss halt den Kandidaten benennen. Man braucht eine formale Wahl, wo man als Parteimitglieder den Kandidaten bestimmt und kann diesen Kandidaten dann über verschiedene Formulare beim Wahlleiter anmelden, so dass man für den Kandidaten dann Unterschriften sammeln kann. Und wir brauchten in Brandenburg, ich glaube, 92 oder also irgendwas in den 90ern und der Ron-Loc, glaube ich, braucht 42 Unterschriften, Unterstützerunterschriften. Und das Problem bei Bürgermeisterwahlen ist, dass bei diesen Unterschriften der Amtseintrag gilt. Das heißt, man muss die Stimme oder die Unterschrift im Amt abgeben und kann nicht direkt einfach auf der Straße Leute ansprechen. Hallo, kennen Sie die Piratenpartei? Wir haben einen Kandidaten. Möchten Sie für den unterschreiben? So einfach geht es nicht. Man muss wirklich Leute zum Amt bringen oder Leute im Amt ansprechen, ob sie denn für die Piratenpartei unterschreiben würden, für den Kandidaten. Und das war doch schon ganz schön schwierig. Das war ziemlich aufwendig, aber es hat dann doch letztendlich geklappt für beide. Das hat geklappt. Sven hat sich sehr viel Zeit genommen. Er hat quasi jeden Tag vorm Amt gestanden und Unterschriften gesammelt. In Brandenburg war es noch eine besondere Hürde, weil man dann noch zwei Etagen hoch ins Wahlamt musste, oder war Amt für Wahl und Statistik musste, um dort zu unterschreiben. Man konnte das nicht in einem normalen Bürgerbüro machen, wo die Leute einfach immer hingehen, wenn sie irgendwelche Sachen mit dem Amt zu erledigen haben. In Jüterbock war das möglich. Da konnte man die Stimme direkt im Bürgerbüro abgeben, während man seine üblichen Amtsgeschäfte dort machen musste. Von daher war es in Jüterbock doch deutlich einfacher, die Unterschriften zu sammeln. Auch wenn sich da lange Zeit ziemlich hingezogen hat, haben wir es dort geschafft. In Brandenburg war es wirklich so, dass wir mehrere Wochen Unterschriften gesammelt haben. Und ich glaube, ungefähr drei, vier Tage vorm Abgabetermin die nötigen Unterschriften hatten. Und zum selben Zeitpunkt waren in Jüterbock ungefähr zehn Unterschriften gesammelt. Das heißt, es fehlten noch über 30. Und wir sind dann, nachdem wir in Brandenburg abgehakt hatten, nach Jüterbock gefahren und haben zwei Tage lang durchgepowert und in Jüterbock vorm Amt gestanden und die restlichen über 30 Unterschriften gesammelt. Nach dem ersten Tag war das irgendwie schon fast verloren geglaubt. Und am zweiten Tag lief es irgendwie ganz wundersam hintereinander weg, Unterschrift an Unterschrift. Und es hat geklappt. Wir haben beide die Daten auf die Liste bekommen und beide durften gewählt werden. Das war natürlich schon mal Erfolg. Genau. Somit die ersten Piratenkandidaten in ihren Wahlkreisen. Richtig. Also das waren die ersten rein Brandenburger Kandidaten. Wir hatten zwar schon mal die... Na gut, das stimmt so nicht. Wir hatten ja schon die Landtags... die Bundestagswahl, wo ja Landeslisten aufgestellt werden. Da standen ja auch Brandenburger Kandidaten auf der Landesliste zur Bundestagswahl. Und zur Landtagswahl 2009 sind wir nicht angetreten. Aus verschiedenen... wegen verschiedenen Problemen. Sagen wir es mal so. Ja. Und dann gab es ja auch... natürlich gehört zu so einer Wahl auch ein Wahlprogramm. Das ist ja nun... sag ich jetzt mal, ob es eine Bürgermeister- oder Oberbürgermeisterwahl ist, stellt man sich auch nicht hin und sagt, wählt mich mal. Und da gab es auch... ich habe es beim Programm von Sven Wetter gesehen, Sachen, die immer noch sehr aktuell sind. Also ich sag mal, da findet man zum Beispiel auch schon... das war ja... muss man dazu sagen, das war noch vor der Berlin-Wahl, wo das noch nicht so in den Medien präsent war. Da findet man auch schon einen fahrscheinlosen Nahverkehr, was ich interessant finde. Und da wird auch erklärt, wie das halt sogar Geld sparen würde und wie man eigentlich nur Vorteile davon hat. Oder es beinhaltet auch die Rekommunalisierung der Stadtwerke, wie man dadurch zum Beispiel den großen Schuldenhaushalt, den jetzt bei Sven Wetter war, die Stadt Brandenburg an der Havel tilgen könnte. Was man... was man halt... was man halt unbedingt machen muss eigentlich, weil... ich glaube, Potsdam, ähm... die Hauptstadt von Brandenburg hat ja... die Landeshauptstadt, sag ich jetzt mal, die hat einen Schuldenhaushalt von... ich glaube, es ist wirklich plus minus null ungefähr. Das ist relativ ausgeglichen. Wurde mir letztens erzählt. Ich persönlich fühle ja nicht Buch, aber mir wurde erzählt, dass das bei Potsdam sehr positiv aussehen soll. Also, und, äh, an Brandenburg sieht es nicht so gut aus. Also, ich sag mal, ähm, stand, äh, kurz vor der Zwangsverwaltung jetzt so und die Lage hat sich nicht unbedingt gebessert. Und, äh, wenn man jetzt sich so den aktuellen Masterplan ansieht, da stehen nicht wirklich Lösungen drin, wie man den Schuldenhaushalt tilgen könnte. Und, ähm, ich finde es wirklich gut, dass dann halt, ähm, nicht nur auf problemische Art, äh, wie... es gab einen Kandidaten, der, weiß ich nicht, der wollte dann, äh, der wollte dann die Brandenburger Symphoniker in einen sozial schwachen, äh, Stadtteil bringen, damit die dort spielen können, was irgendwie wirklich... wo allein schon die Vorstellung so ein bisschen so war, wie, äh, warum jetzt? Es schaut noch nie zur Debatte. Und, äh, äh, man hatte schon wohl das Gefühl gehabt, da werden sich jetzt irgendwie Sachen ausgedacht, um halt irgendwie irgendwo toll dazustehen, um irgendwo in bestimmten Wählerkreisen Wahlstürmen abzugreifen. Und das hatte man... okay, das ist jetzt eine wirklich persönliche Auffassung von mir, aber das hatte ich persönlich bei dem Wahlprogramm nicht, weil das hat sich wirklich intensiv damit beschäftigt, äh, wie kann ich, äh, die, äh, die Kommune hier nachhaltiger gestalten? Wie kann ich, äh, wie kann ich dafür sorgen, dass, äh, der Schuldenhaushalt zurückgeht? Wie kann ich dafür sorgen, dass, äh, die Stadt ein klein wenig mehr, äh, autark lebt? Dass sie sich, äh, etwas selbstversorgender gestaltet? Das hat mir persönlich sehr gut gefallen. Ich möchte jetzt auch nicht, äh, das jetzt als High-End und bestes Wahlprogramm aller Zeiten, was ich je gelesen habe, hier hervorheben. Aber, äh, das war, also ich war jemand, der aus Berufswegen, äh, den Wahlkampf sehr stark mitverfolgt hat in Brandenburg an der Havel und das ist das, was mir dabei aufgefallen ist. Ja, Sven hat versucht mit seinem Programm auf jeden Fall Ideen einzubringen, wie man die, den schlechten Haushalt dann irgendwie sanieren könnte, indem man einfach die, äh, also nicht einfach, indem man halt, ähm, versucht, ähm, die Eigenanteile der Stadt wieder zu erhöhen, um die Gewinne für den Haushaltsausgleich, ähm, zu verwenden, quasi. Also es gab ja verschiedene Konzepte, auch das mit dem kostenlosen, äh, öffentlichen Personennahverkehr ist ja auch, ähm, nicht kostenlos, es heißt ja nicht kostenlos, es heißt ja fahrscheinlos, das ist ja das Wichtigste dabei. Ähm, das ist ja auch, ähm, eine Entbürokratisierung des Ganzen, indem man halt sagen würde, man macht eine Stadt, äh, eine Stadtabgabe zum Beispiel von einem gewissen Geldbetrag pro Monat pro Person, ähm, die man halt bezahlen muss, um die, ähm, die, die Bahn oder den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen und, äh, schafft dafür die ganze Bürokratie rundherum ab, die Kontrolle von Fahrscheinen, die, ähm, Verwaltung dieser, ähm, Automaten und alles, was da drumherum ist, weil im Endeffekt würde das halt weniger Geld kosten, wenn man das über eine einfache Abgabe finanzieren würde und, äh, vom öffentlichen Personennahverkehr hat irgendwie jeder was, auch derjenige, der nur mit dem Auto fährt, hat was davon, weil es dann viel weniger Autos auf der Straße gibt und der viel schneller von A nach B kommt. Und er hat mehr Parkplätze. Und er hat mehr Parkplätze. Genau. Ja, das sehe ich genauso. Das ist, äh, für mich, also, als ich erstmal darüber nachgedacht habe, ich finde, das ist eine sehr gute Lösung. Ich sehe, dass es auch in anderen Städten funktioniert. Meine Eltern, die waren 2006 in Perth, das ist in Australien, da gibt es sowas ähnliches. Da gibt es, äh, Buslinien, die fahrscheinlos sind, die dann, äh, genau auf diesem Weg wohl bezahlt werden. Und die waren total begeistert davon. Also, es ist auch, auch, es macht eine Stadt wohl auch wesentlich attraktiver, wenn man sowas hat. Sicherlich. Also, für den, für den Touristen ist es natürlich auch einfacher. Man muss sich nicht erstmal, ähm, überlegen, wie man jetzt hier, äh, auf dem richtigen Weg, ähm, den, den, den Verkehr benutzt, ja. Also, man kann einfach einsteigen und losfahren und muss nicht irgendwo gucken, dass man Automaten findet. Wenn man jetzt eine andere Sprache hat, dass man da irgendwie durchsieht, ähm, durch die deutschen, ähm, beziehungsweise, wenn sie denn vorhanden sind, englischen Begrifflichkeiten von Tageskarten und Einzelkarten und sonst was, das ist sicherlich alles, äh, nicht so einfach, wenn man als Tourist unterwegs ist. Ja. Ja, dann hatten wir auch noch was anderes im Juli. Ne, wir waren gerade im Juni. Wir sind jetzt im Juli. Und zwar gab es da eine Gründung eines Regionalverbandes. Und zwar Regionalverband Südbrandenburg hat sich gegründet. Genau. Der besteht aus Cottbus, Elbe Elster, Oberspray-Waldlausitz und Spree-Neisser. Ja, wurde ja auch mal Zeit. Ja, na, was soll das Ganze? Also vorher gab es halt diesen, diesen Kreisverband Cottbus, der hat, äh, gut, gut funktioniert. Und die haben sich dann gedacht, Mensch, ähm, die armen Piraten, die hier in den Kreisen, in den anderen Kreisen sind, ohne Kreisverband, die haben, ähm, nicht wirklich einen Ansprechpartner für regionale Aktivitäten. Da muss immer der Landesvorstand für, ähm, herhalten. Und deswegen, äh, ist solche Strukturarbeit, denke ich, durchaus sinnvoll, dass man einfach einen, ähm, ja, einen Vorstand hat, wo man einfach mal schneller und verteilter, ähm, organisieren kann. Also verschiedene Aktionen planen kann. Und, ähm, man nicht immer, ähm, an denselben, an denselben Vorstand tritt, der sich dann irgendwie mit allen Sachen beschäftigen muss und, äh, von den regionalen Gegebenheiten nicht wirklich Ahnung hat. Von daher wurde da der Kreisverband Südbrandenburg, äh, der Regionalverband Südbrandenburg gegründet, der jetzt zumindest mal die südliche Region abgedeckt hat. Ähm, und kurze Zeit später kam ja dann auch der Regionalverband, äh, Dame oder Spree, ähm, wo sich der, der Frank auch sehr hart umgekümmert hat, der da der Vorsitzende ist. Dass da ein Kreisverband aus den Kreisen, Dame, Spreewald oder Spree und Frankfurt oder begründet wurde. Und dann, damit war eigentlich der ganze Süden von, von Brandenburg schon mal versorgt, grundsätzlich, was die Struktur angeht. Genau. Jetzt haben wir, wir haben es ganz am Anfang schon mal gesagt, wir haben jetzt nun wesentlich mehr Mitglieder in Brandenburg. Tendenz steigend. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass dann, die sich, dass sich der Regionalverband dann auch ein bisschen spaltet, dass es dann nochmal kleinere Verbände geben wird, statt einem großen Regionalverband Süd. Aber ich glaube, das wird sich auch erst zeigen. Das wird sich, denke ich, zeigen. Also es gibt, äh, zum Beispiel im, im Regionalverband, Dame oder Spree, verschiedene Stammtische, wo sie sich, äh, an verschiedenen Orten treffen. Und, ja, daraus könnten sich natürlich dann auch, ähm, regionale Gruppen entwickeln, die dann wieder eigene Kreisverbände, ähm, gründen wollen, um sich selbst als Kreis zu verwalten und nicht als große Region. Aber das müssen die, äh, Leute dort selbst sehen, ob sie das so, wie sie es jetzt haben, ähm, gut finden oder ob sie sich doch wieder trennen wollen. Ähm, jetzt vor kurzem hat sich ja noch der Regionalverband Barum gegründet, der... Barim und Uckermark. Genau, die Verbindung aus Barim und Uckermark, ähm, das ist auch so eine Region, wo halt besonders wenige Mitglieder sind, weil nicht so viele, generell nicht so viele Menschen dort leben in der Gegend. Also Uckermark ist ja auch, gilt ja auch als entvölkert. Es gilt als Region, wo tote Hose ist. Ja, ja. Und auch wenn jetzt, ich bin auch auf die Gefahr an, dass mich jetzt, äh, jeder Barim und Uckermark verdammt wird, dass ich seine Region schlecht rede, aber es ist wirklich so, dass, äh, das nicht nur, äh, in Land Brandenburg, sondern deutschlandweit als wirklich eine ziemlich entvölkerte Region gilt. Und ich glaube aber, dass das vielleicht gerade für Piraten eine Möglichkeit ist, zu beweisen, was man in so einer, äh, schwierigen Situation vielleicht machen kann, was man da an neuen Ideen, äh, vielleicht in so einer Region bringen kann, weil Piraten gelten ja auch als sehr ideenreich. Und ich glaube, das ist nicht nur eine große Herausforderung für so einen Regionalverband, sondern auch, äh, eine große Chance, um da zu zeigen, äh, wir wissen, wir wissen da was, wir können euch mal zeigen, wo es da lang geht und, äh, wir machen das schon. Ja klar, natürlich müssen sie erstmal viel lernen und dann quasi die Piratenideen dort vor Ort einbringen. Wird sich zeigen, wie sich das weiterentwickelt. Auf jeden Fall durch die vielen neuen Mitglieder und die vielen neuen Unterstützer, äh, ist auf jeden Fall der, der Weg sehr positiv. Ja, man muss natürlich sehen, äh, dass an so einem Fleckchen sind natürlich, äh, die Themenbereiche ein bisschen anders gemiedert. Äh, also, ich habe den Eindruck, wenn ich da in der Uckermark bin, da ist, ich glaube, da kann ich, wenn ich jetzt, äh, vorhabe, dass mich da jemand wählt, sage ich jetzt einfach mal, ja, da kann ich einfach nicht mit Themen wie Urheberrecht oder Datenschutz kommen. Das ist, äh, da gibt es wirklich andere Probleme. Naja, doch. Also, wenn du zum Beispiel das Urheberrecht auf dieses Kindergartenthema, ähm, beziehst, dann schon. Das, das, das schon, aber ich, ich glaube, man muss sich da noch ein bisschen was einfallen lassen, um, äh, das noch regionaler zu gestalten. Klar. Das ist persönlich ein Kritikpunkt, äh, von mir, den ich immer relativ mehr oder weniger groß sehe, dass, äh, dass, äh, die Piratenpartei sich immer noch, äh, teilweise kleiner gestalten muss. Also, dass es noch viel stärker regionaler bezogen werden muss. Aber ich habe das Gefühl, es ist schon, äh, wirklich dabei. Ich habe wirklich, äh, wenn ich mich, äh, äh, vor, vor, vor mehreren Monaten noch so an Arbeitstreffen, äh, erinnere, da war eher so, da waren viele Landes- und Bundesthemen mit beinahe. Die sind natürlich sehr spannend, aber, jetzt glaube ich, dass auch gerade so regionale und kommunale Themen, äh, wesentlich mehr an Vordergrund gucken, weil da auch wirklich unglaublich viel zu tun ist. Und, äh, ich glaube, wie ich schon gesagt habe, dass man da wirklich auch in so einer Region, die, äh, wie Bahn im Uckermarkt, die wirklich schwierig ist, äh, dass man damit dann ganz doll punkten kann. Ja, also, natürlich fangen die Probleme im Kleinen an. Und die regionalen Themen sind natürlich auch die Themen, die die Leute direkt vor Ort betreffen. Von daher müssen da viele, äh, Dinge noch entwickelt werden und, ähm, Themen gefunden werden. Manche kann man halt aus den, äh, übergeordneten Themen ableiten und andere müssen halt neu gefunden werden. Und das ist nicht uninteressant. Also, es ist sicherlich, ähm, noch ein bisschen schwieriger in, in, in Gebieten wie Bahn im Uckermarkt, wo wirklich, ähm, wo man wirklich riesengroße Gebiete hat, ähm, dort zu sehen, was, was denn die, die Probleme vor Ort sind, äh, als wenn man das in einer Stadt wie zum Beispiel Brandenburg nach Havel, äh, hat, wo wir jetzt gerade sitzen, um unseren Podcast aufzunehmen. Weil hier kann man halt einfach mal irgendwo, ähm, vor Ort gucken, ähm, innerhalb von ein paar Minuten. Wie sieht's denn nun wirklich aus? Und in großen Gebieten muss man sich denn dafür Zeit nehmen? Und, äh, muss man sich absprechen? Und da ist es nicht so ganz so einfach? Und da gibt's viel zu tun. Das stimmt, äh, viel zu tun gab's dann auch im August. Wir sind wieder zurück bei den Wahlen für Bürgermeister und Oberbürgermeister. Und da musste auch erst mal einiges gemacht werden, um da ein bisschen die Wahlmaschinerie in Gang zu bringen. Das ging über Wahlplakate kleben und, äh, verteilen. Das wurde ja alles noch, äh, das haben ja die, die Kandidaten teilweise selber verteilt. Und da muss man natürlich dazu sagen, das, äh, ist ein unglaublicher Aufwand, der mit einem vergleichsweise, also zu anderen Parteien extrem niedrigen Budget natürlich durchgeführt wird. Das ist, äh, zahnweise, habe ich mal gehört, weiß ich aber jetzt im Moment nicht mehr. Ich weiß nur, dass das unglaublich wenig war, wenn ich mich gefragt habe, wie man damit einen Wahlkampf führen kann. Ja, wir haben, glaube ich, ein paar hundert Euro ausgegeben. Ähm, jeweils. In Wannenburg und, äh, Hüterbock. Ähm, ja, wie kann man's machen? Indem man einfach alles selber macht. Das ist natürlich dann auch ein riesen Zeitaufwand, wenn man die Plakate selbst klebt und aufhängt. Ähm, das haben die anderen Parteien natürlich nicht mehr, diese, äh, Probleme. Dass einfach das Geld fehlt, um solche Sachen zu machen. Da engagiert man halt Leute, die, ähm, fertig, fertige Plakate einfach aufhängen und dann ist das Ganze in Ordnung. Und wir sind quasi mit unseren wenigen Plakaten durch die Stadt gezogen und haben die überall selbst aufgehangen. Ähm, und das Flyer-Verteilen war noch krasser. Da haben wir wirklich im Rucksack, irgendwie 10.000 Flyer gehabt oder, oder 5.000 oder sowas und sind halt losgezogen und haben in jedem Briefkasten einen Flyer geworfen. Und sind, glaube ich, an einem Tag so, keine Ahnung, 25 Kilometer gelaufen durch die Stadt. Und haben überall Flyer verteilt. Das war natürlich ein riesen Aufwand, den man halt auch zeitlich erstmal, äh, schaffen muss. Also gleichzeitig, das ist, es ist alles so, das war alles diese, diese heiße Wahlkampfphase. Da waren ja gleichzeitig bei der Piratenpartei ganz viele, ähm, Vorbereitungen zu treffen. Einerseits hier bei uns in Brandenburg die Wahlen in Brandenburg und Jüterbock. Andererseits hatten die Niedersachsen zu tun mit ihrem Wahlkampf und in Berlin, wo wir eigentlich auch hätten helfen können, es aber dann doch nicht konnten, weil wir einfach zu viel selbst zu tun hatten. Ähm, die, die, äh, Landtagswahlen waren in Berlin. Ja, irgendwie, äh, lief alles gleichzeitig und das war so die heiße Phase vor den Wahlen, wo viel gemacht werden musste, wo unsere Kandidaten, äh, in, in Pressegesprächen waren, wo Zeitungstermine waren, wo wir selber Pressemitteilungen ausgegeben haben. Das war eine sehr aktive und sehr spannende Zeit und das hat eine Menge Spaß gemacht und das kann man, kann man nur mal empfehlen mitgemacht zu haben. Ich denke mal, die Gelegenheit, die werden wir noch ein paar Mal bekommen. Das hoffe ich auch, ja. Im Moment ist ja der Trend da, die Umfragen sind recht positiv, wenn man sich mal die Piraten-Präume anschaut und das wäre wirklich wert, da noch weiter zu kämpfen um ihre Stimme. Genau. Dann gab es ja auch im August noch weitere Sachen, die ja so, also ganz neben diesen Kandidaten noch stattgefunden haben. Das war, wir haben es vorhin schon mal angesprochen, das war die Gründung vom Regionalverband Dame oder Spree. wo du gesagt hast, ich glaube, wo Frank... Genau, Frank, der ist der, ähm, Vorsitzende. Genau. Ja, der hat sich da sehr engagiert und der hat auch, äh, dafür gesorgt, dass der Landesparteitag, äh, in Frankfurt-Oder, der da kurz darauf folgte, also es war wirklich am selben Tag, erst die Gründung im, der ist Regionalverband und anschließend der Landesparteitag, ähm, dort vor Ort. Und da hatten wir eine sehr schöne Location, wo wir den Landesparteitag gemacht haben, wo wir dann einen neuen Vorstand gewählt haben für Brandenburg. Das ist auch im Vorstand, ähm, ich glaube, der teilweise wiedergewählt wurde. Da wurde viel wiedergewählt, ja. Also Sven war schon vorher im Vorstand, Clara, Eik, Holger, die waren alle schon vorher dabei. Ich glaube, mich ja auch, oder? Mich ja nicht, der war im Kreisvorstand Brandenburg. Und der Vorsitzende war vorher, ähm, das war, jetzt kommt die Passage, die wir rausschneiden müssen. Na, Orange and Black heißt er auf Twitter und, äh, er war jetzt so lange in Finnland, dass ich seinen Namen gerade nicht weiß. Und, ähm, wie gesagt, er war in Finnland für ein Jahr und konnte nicht mehr antreten. Von daher wurde ein neuer Vorsitzender gebraucht und das ist Micha geworden. Gab's da sonst noch was Interessantes auf dem Landesparteitag? Weil das war auch wieder, irgendwie Fallparteitag, komischerweise, aber auch Arbeitswochenende bei mir. Das, äh, ist mir jetzt schon öfters passiert. Auch bei dem, das weiß ich noch. Ähm, ja, da bin ich gerade nicht so sicher. Müsste ich mal eben gucken. Das Piratenpad will gerade nicht. Wir haben ja hier gerade wieder dieses tolle Piratenpad am Wickel, wo wir uns durchklicken und nach und nach die Themen abarbeiten. Nur manchmal spinnt das ein bisschen. So. Ja, also, das, vor allem haben wir wirklich den Vorstand gewählt. Äh, ich bin gerade nicht sicher, ob wir uns da noch eine Satzung gegeben haben oder ob das auf dem Parteitag davor war. Naja, okay, übergeben wir das mal, würde ich sagen. Ja, es kommt. Also, so, äh, so viel war da nicht. Das war halt vor allem Networking, ähm, den Landesvorstand neu wählen. Wir hatten tolle Gäste. Der Bernd aus dem Bundesvorstand war da. Alex Lassmann aus Bayern war da. Der hat geholfen bei der Versammlungsleitung. Ja, es war schön. Und dann kam der September 2011. Das ist der Monat, der dann wirklich eine Zäsur dargestellt hat in der Partei. Dieses Wort. Ich würde es aber, ich finde es, ich finde es beschreibt, es ist sehr treffend. Es ist eine Zäsur. Ja. Und, ähm, fangen wir aber mal ganz nüchtern an. Was heißt nüchtern? Es geht um, äh, es gab da zum Beispiel eine Demonstration, die hieß Freiheit statt Angst. Die fand in Berlin statt. Und es war eine Demo gegen den Überwachungsstaat. Ja, vor allem so gegen diese üblichen Tools, die die, äh, Regierung inzwischen immer gerne haben will, äh, um das Internet irgendwie einzuschränken. Ähm, indem man sagt, okay, wir müssen hier alle Benutzer auf Schritt und Tritt, ähm, verfolgen, ähm, um sicherzustellen, dass unter diesen Benutzern, ähm, 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 dann auch wirklich keine Leute sind, die terroristische Aktivitäten planen. Und falls doch, dass wir das sofort herausfinden können. Da geht es dann vor allem um, um die Vorratsdatenspeicherung, die ja im Moment wieder ganz hoch im Kurs ist und wieder aktuelles Thema ist. Ähm, ähm, die CDU-Politiker wollen die Vorratsdatenspeicherung anscheinend unbedingt wiederhaben, die ja vom Bundesverfassungsgericht gekippt wurde. Und, äh, dagegen wurde quasi auf dieser Demo demonstriert. Oder auch, ähm, die, ähm, Netzsperren oder die Kameraüberwachung. Alles so Themen, die teilweise, äh, mit dem Internet zu tun haben, aber teilweise einen täglich auf der Straße begegnen, ähm, wenn man auf einem öffentlichen Platz, äh, wieder in die nächste Kamera guckt. Ja, und gegen, äh, ja, so viel kann ich dazu nicht sagen. Ich war leider nicht da, hatte da irgendwas zu tun. Ich glaube, der Sven hatte da auch ein Arbeitswochenende. Und, äh, ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß, dass ich September auch arbeiten musste. Ja. Ja, das war, äh, okay, Zeit, wo ich öfter mache, ich bin ja in der Nachrichtenbranche auch aktiv und, äh, Nachrichtengeschehen auch am Wochenende. Genau. Man glaubt es kaum. Ja, zum Beispiel diese Freiheit statt Angst. Da kann man denn darüber berichten. Kann man darüber berichten, aber, äh, aber als Jokal-Ferse fährt man ganz selten nach Binnen. Ja, leider. Jedenfalls, äh, es gab dann auch, äh, zum Thema Überwachungsstaat, äh, haben wir nochmal was, äh, das kommt gleich. Genau, da kommen noch. Da kommt auch mal, äh, Stichwort Starstrojaner. Genau. Das ist ein ganz, ganz prekäres, aber auch spannendes Thema. Äh, dann hatten wir schließlich Wahlen. Wahlen. Dann waren sie endlich die Wahlen, die wir so lange vorbereitet haben. Das war am 11. September 2011 waren die Wahlen. Am Türmertag. Das war am Türmertag. Okay. Es ist jetzt, äh... Okay, äh, ich, äh, ich frage mich immer noch, wer auf die Idee gekommen ist. Am 11. September. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es pietätloser ist, zu lachen über diesen Türmertag oder diesen Tag Türmertag zu nennen. Ja, der 11. September war in der Stadt Brandenburg der Türmertag, weil die Stadt Brandenburg hat so schöne Türmertag, und da gibt es jährlich den Türmertag, ähm, und scheinbar ist es niemandem aufgefallen, dass der 11. September in Amerika anscheinend auch irgendwann mal der Türmertag war. Äh, nun ja. Ganz, ganz genau zum Jubiläum, 10 Jahre. Ja, genau, zum 10-jährigen Jubiläum in Brandenburg. Hat man sich einfach mal gedacht, äh, machen wir ja auch einen Türmertag. Genau. Okay, na gut, da kann man, das kann man jetzt, äh, sehen, wie man will. Jedenfalls waren auch an dem Tag, äh, die Wahlen. Genau. Ich bin zur Wahl gegangen, ich habe gewählt, äh, es gibt ein Wahlgeheimnis, deswegen sage ich nicht, für wen. Ich nicht. Ich bin aber nicht stumm bereichlicht. Jedenfalls, äh, konnten wir da ganz gut rausgehen. Es gab da im Vorfeld, äh, das waren auch Piraten, sehr präsent in den Medien. Und die Folge, man muss ja mal zusagen, ähm, bei solchen personenbezogenen Wahlen, ähm, Bürgermeister oder Oberbürgermeister, also ich finde, das muss man auch ein bisschen trennen. Das kann man nicht, äh, so werten, wie, sage ich jetzt mal eine Bundestagswahl, wo wirklich eine Partei gewählt wird, anstatt, äh, wenn du wirklich eine Person wirst. Also, das hat sich ganz besonders in Jüdeburg gezeigt, da wurde nämlich ein Parteiloser gewählt. Und, äh, dadurch kann man, muss man da immer ein bisschen differenzieren, ob jetzt die Piraten da viel geholt haben oder auch nicht viel geholt haben, das ist ja immer hingestellt. Das ist, äh, es geht ja meistens um eine Person. Und wenn ich, äh, einen guten Personenkult aufbauen kann, dann, äh, äh, interessiert mich die Partei dahinter erstmal nicht. Und, ähm, in Brandenburg, äh, war es dann so, da wurde die alte Oberbürgermeisterin, das ist Frau Dr. Niedlen Thiemann, wurde wiedergewählt. Sehr eindeutig, mit über 50 Prozent der Stimmen musste nicht in die Stichwahl gehen. In Jüterburg habe ich es nicht mal ganz in Erinnerung, aber da gab es, glaube ich, eine Stichwahl. Ja, ich glaube schon. Da gab es die Stichwahl und am Ende hat der parteilose Kandidat gewonnen. Genau. Und jedenfalls konnten wir aber trotzdem einige Prozente holen. Und das war, wenn man sich mal so die, die, äh, durchschnittlichen Ergebnisse bei, bei Bundestagswahlen anguckt, die letzten Bundestagswahlen waren 2009, glaube ich, da hatten wir in Brandenburg 2,5 Prozent, also im Land. Genau, und, äh, da hatten wir zum Beispiel mit dem Sven Weller in der Stadt Brandenburg an der Havel 4,6 Prozent geholt. Das ist, ja, im Vergleich eine Steigerung. Das war, muss man dazu sagen, noch vor der Berlin-Wahl, noch bevor der Hype losging. Genau, das ist ein ziemlich gutes Ergebnis, finde ich auch. Wenn man das jetzt doch mit einer Land- oder Bundestagswahl vergleichen würde, dann wäre das ja fast im Parlament. Genau. Und wenn man jetzt mal, ich habe ja die einzelnen, die Auswertung der einzelnen Stadtteile gesehen für Brandenburg an der Havel. Also, im Gesamtergebnis ist, äh, hinter, also Sven Weller, hinter der grünen Kandidatin, ähm, also, äh, also, erst im Vergleich ist er einfach mal letzter geworden. Von fünf Kandidaten ist er der letzte geworden. Das ist jetzt, ist klar, 4,46 Prozent im Vergleich zur Erstplatzierten mit 56,4 Prozent. Ähm, ist dann natürlich klar letzter geworden. Aber wenn man sich mal den Vergleich zur Vorletzten anguckt, die hat 5,8 Prozent, da gibt es einige Stadtteile, da ist er nicht letzter geworden. Da war er, ja, da war er einen Platz weiter vorne. Und das zeigt ja auch, äh, es gab, glaube ich, auch einen Stadtteil, wo er Dritter war sogar. Sogar vor dem Kandidaten der Linken, also hinter CDU und SPD, glaube ich. Oder hinter CDU und Linke. Das weiß ich nicht genau. Bin ich gerade nicht ganz sicher. Jedenfalls hat man da sehr gut gesehen, dass, äh, dass man da nicht so abgeschlagen ist. Ja, wir packen die Links dann natürlich mit rein, irgendwie, wo wir den Podcast verlinken. Da werden wir auch, ähm, noch Links mit reinstellen, wo man da mal nochmal ein bisschen detaillierter nachgucken kann, glaube ich. Ja. Ich hab da hier gerade die Umlistung. Auf jeden Fall konnte man an den Ergebnissen sehen, dass das Flyer-Verteilen und das Plakatieren richtig was gebracht hat. Ähm, man konnte dann nämlich ganz deutlich sehen, dass eben an Orten, wo wir keine Flyer verteilt haben, weniger gewählt wurde oder weniger Piraten gewählt wurden, als an Orten, wo wir Flyer verteilt haben. Das war am Ergebnis ersichtlich. Also das Programm, jetzt ohne den Kandidaten zu kennen, war anscheinend doch ganz überzeugend, wenn man diesen Flyer in der Hand hatte und sich entscheiden musste zur Bürgermeisterwahl, wen man denn nun wählt. Wenn man sich das jetzt so anhört, 4,6 Prozent, klingt erstmal noch nicht viel, aber wenn man sich überlegt, dass das aus dem Stand raus ist, ist das schon eine überachtliche Leistung. Genau. Ohne im Brandenburger Parlament zu sein oder irgendwie großartig bekannt zu sein in der Stadt. Von daher vor der Berlin-Wahl, wie gesagt, ein gutes Ergebnis. Und dann gab es halt in Jüterburg die Wahl, ebenfalls am Türmeltag, auch am 11.9. Da hat Ron Matz 1,7 Prozent geholt. Das ist weniger. Man muss dazu sagen, das ist ebenfalls ein Einstand, den man da erstmal gefeiert hat mit. Das ist auch das allererste aufgeführte Wahl ergibt. Deswegen viel für den Piraten in Jüterburg. Und das ist immerhin etwas, worauf man stolz sein kann. Ja, und der CDU-Kandidat hatte gar nicht so viel mehr mit seinen 2,4 Prozent. Das stimmt, ja. Da sieht man es auch wieder, das ist kandidatenabhängig. Also wer irgendwie besonders präsent ist in der Stadt, der hat dann doch die besten Chancen. Genau. Das muss man erstmal erreichen als kleine Partei. Und wenn man sich überlegt, dass dann Brandenburg ja mehr oder weniger eine Hochbruch der SPD ist, die wurde in keinem der beiden Städte, also aus keinem der beiden Städte mit großem Erfolg eigentlich rausgegangen. Ja, unter der SPD sieht ziemlich schlecht aus. Wozu man auch sagen muss, also ich kenne es jetzt gut aus der Stadt Warnburg an der Havel, kann ich einfach mehr erzählen, weil ich halt hier wohne und hier arbeite. Wenn man natürlich da einen ehemaligen Stasi-Informanten aufstellt als Oberbürgermeisterkandidaten, dann hat man da allgemein nicht so gute Chancen. Na gut. Das hat sich die SPD gut überlegt. Ja. Da gab es mehrere Spekulationen im Vorfeld. Da wurde einmal dementiert, dass es der ist. Wurde der Landesfraktionsvorsitzende, Ralf Holtschuer, ist er glaube ich Landesfraktionsvorsitzende? Holtschuer ist Fraktionsvorsitzende. Und der wurde dann mal ins Gespräch gebracht. Dann gab es noch ein paar andere, die mal... SPD-Vorsitzende. SPD, genau. SPD-Landesvorsitzende. Genau, das meine ich. Ist das? Irgendwas. Ja. Dann wurde auch mal Doug Stieger ins Gespräch gebracht. Und naja, am Ende ist es doch der Herr Langewisch geworden, der eine etwas dubiose Vergangenheit hat. War schon mal Bürgermeister in Brandenburg. Ist es aus diversen Gründen nicht mehr. Aber da wollen wir eigentlich jetzt nicht weiter eingehen, weil es geht ja hier um Piraten. Und ja, aus Rückblick. Und wie gesagt, bei den Wahlen haben wir eigentlich gut abgeschritten, auch wenn die Zahlen jetzt nicht so gigantisch aussehen. Man muss immer daran denken, das ist ein Einstand und das ist wirklich eine Basis, mit der man gut weiterarbeiten kann. Wie gesagt, September. Ja, kurz danach. Kurz danach, da hatten wir dann, ich glaube, das, womit ich damals in dem Moment nicht gerechnet hätte. Also ich habe, nachdem die ersten Umfrageergebnisse herauskamen, die doch über 4% waren, oder über 3% waren, dachte ich mir schon, okay, das wird was. Aber dass es so viel wird, hätte ich nicht gedacht. Also wer es jetzt noch nicht ganz mitbekommen hat, wir reden über den Wahlerfolg der Berliner Piraten im Landtag, im Abgeordnetenhaus, im Berliner Abgeordnetenhaus mit 8,9%. Unglaublich erfolgreich, Außenstand bis jetzt das absolut mit weiten Abstand erfolgreichste Wahlergebnis der Piraten bei einer Wahl in ganz Deutschland. Bei einer Wahl auf Landesebene. Auf Landesebene. Es gab schon mal einen Bürgermeisterkandidaten, der hat, glaube ich, nur zwei Konkurrenten gehabt. Der hatte, glaube ich, sogar über 20% in Süddeutschland, in Baden-Württemberg, glaube ich. Aber das ist ja was anderes. Da geht es ja auch um keine Daten wieder. Genau. Also, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, also ich persönlich trenne es auf jeden Fall mit personenbezogen und parteibezogen. Es war definitiv eine parteibezogene Wahl. Und da waren sie unglaublich erfolgreich. Und die haben auch richtig, richtig hart dafür geackert im Vorfeld. Die haben auch richtig unglaublich Wahlwerbungen betrieben. Alles aus eigener Handarbeit. Sind auf die Straße gegangen und haben die Leute informiert. Und das wurde dann schließlich auch belohnt. Genau. Also Berlin, gut, die hatten die besten Chancen. Die meisten Mitglieder je Einwohner. So. Die meisten Mitglieder je Einwohner. Und sie haben diese Chancen genutzt. Also, nachdem sie quasi über die ersten Wahlergebnisse, die ihnen prognostiziert wurden, gute Chancen hatten. Mit 3,5 Prozent, glaube ich, war das erste. Oder 4,5 schon. Da waren die Medien dann halt auch begeistert von der möglichen Partei, die dort neu ins Abgeordnetenhaus kommen konnte. Und das wurde halt immer wieder quasi wiederholt, dass die Piraten dann eine Chance haben. Und dann wurde das tatsächlich so ein tolles Ergebnis mit 8,9 Prozent. Aber diese 4 Prozent, die sie davor hatten, die haben sie sich reichlich erarbeitet und richtig, richtig hart mit dem Kleben von Plakaten, mit dem Aufhängen von Plakaten, so wie bei uns, nach und nach mit vielen Infoständen und einem tollen Programm erarbeitet und die Leute überzeugt. Gerade die Wahlplakate. Christopher Lauer hat es ja an Will gesagt. Sie haben da bewusst auf nautische Begriffe so verzichtet, wie Änderhaken oder weiß ich was. Und man merkt ja auch, das Design ist ein bisschen anders als das, was wir im Land Brandenburg so haben. Wir haben ja so wirklich so, ich sag jetzt mal wirklich so ein leicht Klischee, ob das Klassische ist, wenn ich mir jetzt den aktuellen Flyer mal angucke mit einem Piratenschiff drauf und einem Orange. Und da gab es was anderes. Da gab es Schwarz-Weiß-Fotos von Piraten mit verschiedenen Aussagen darüber, die halt farblich dann noch unterlegt waren. Es waren auf jeden Fall Bilder mit Pep. Die Wahlplakate. Die waren gut. Hingucker. Die waren echt gut. Hingucker und es hat gewirkt. Ja, aber es gibt natürlich auch ein Plakat von den Piraten, das heißt Traue keinem Wahlplakat. Informiere dich. Genau. Und das können wir jetzt nicht nachvollziehen, ob das jetzt die Wähler gemacht haben. Aber wir bedanken uns bei Ihnen. Und Berlin, wir haben jetzt ja natürlich einen Jahresrückblick für Land Brandenburg, aber da muss man einfach Berlin anschneiden, weil das hat natürlich auch Land Brandenburg für einen unglaublichen Umbruch gesorgt. Also die Wahl hat abgesorgt, dass wir jetzt die doppelte Mitgliederzahl inzwischen haben, noch wie noch zu Jahresbeginn. Genau. Also von 350 auf 650 Mitglieder sind wir inzwischen angewachsen. Tendenz steigend. Tendenz steigend, ja. Berlin hat sich ja ähnlich verhalten und auch alle anderen Bundesländer in Deutschland haben massiv Zuwachs bei Mitgliedern der Piraten. Das ist schon, ich denke, ohne Berlin zu erwählen, kann man einen Jahresrückblick nicht machen. Nein, das war schon, man sieht auch, inwiefern es wegweisend war. Dann gab es ja später einen Parteitag in Offenbach, einen Bundesparteitag, wo dann wirklich Sachen aus Berlin dann ins Bundesprogramm übernommen wurden, wie öffentlicher Personalverkehr. Das kommt übrigens aus, ach nee, damit ich jetzt nicht, nee, ich vergiss es. Ist egal. Das Bildungsprogramm kommt aus NRW, das Berlin hätte, aber das haben wir noch nicht. Und wir haben es auch ganz eingangs schon mal erwähnt, wir raten, wir kopieren gerne und demzufolge gibt es jetzt auch die ersten Pläne oder es wird wahrscheinlich dazu kommen, so sehe ich das, dass auch Sachen, die im Berliner Wahlprogramm standen, dass die auch fürs Brandenburger Wahlprogramm dann übernommen werden. Das ist zum Beispiel auch der öffentliche, der fahrscheinfreie Personennachverkehr, der wird aller Voraussicht nach auch für Brandenburg ins Fahrprogramm kommen. Ja gut, müssen wir mal schauen. Das ist natürlich in einem Flächenland ein bisschen schwieriger. Das ist in einem Flächenland in den Städten sicherlich. Das ist natürlich schwieriger, aber vielleicht kann man das in Cottbus zum Beispiel über den Potsdam durchaus realisieren. Ja, in den Städten ist das sicherlich nicht anders als in Berlin. Ich glaube, da ist es ja auch im Nahverkehr. Ich weiß nicht, wie weit man Überlandbus noch zum Nahverkehr zählt. Ja, gut. Wenn ich mir jetzt überlege, es gibt einen Bus, der fährt von Belzig nach Potsdam. Das ist schon weite Strecke. Ich glaube, ich würde zum Beispiel nicht mehr vom Nahverkehr sprechen. Das ist schon... Aber sei es drum, aber es ist jedenfalls ein Gedanke, der aufgegriffen wird. Und da sieht man natürlich, dass es nicht ohne ist. Also der Zulauf, der spricht ja für sich erstmal, dass die Leute sowas erstmal wollen. Und dass es durchaus anerkannt wird. Und da werden wir natürlich sehen, was da auf uns zukommt. Wir haben nächstes Jahr auch noch Wahlen in einem anderen Bundesland. Und die werden wir natürlich auch unterstützen. Und wir werden dann gucken, ob wir vielleicht an so eine Wahl, an so ein Wahlgebnis wie an Berlin heranreichen. Ja, das wird sie zeigen. Schleswig-Holstein ist nächstes Jahr dran. Im Mai, glaube ich. Da wird auch der nächste Bundesparteitag sein in Schleswig-Holstein. Schauen wir mal, ob die Schleswig-Holsteiner in einem Flächenland das gleiche erreichen können wie Berlin in einer Großstadt. das konnte. Ich glaube, ich hatte letztens eine Wahlumfrage gesehen, wo sie bei 6% waren. Genau, 6% das wäre schon mal ziemlich gut. Ja, das würde mich freuen. Dann gab es den Oktober. Und im Oktober gibt es einen gesetzlichen Feiertag. das ist der 3. Oktober und das ist Tag der Deutschen Einheit. Nein, das ist der dritte Geburtstag des Landesverbandes. Genau. Also Tag der Deutschen Einheit, das ist es auch natürlich. Genau. Wie Christoph gerade schon sagte, es ist dann Geburtstag des Landesverbandes und es war ein ganz besonderer Geburtstag, denn da wurde die neue Landesgeschäftsstelle eingeweiht. Ja, kann sein. Also es sieht jetzt gerade danach aus. Ich bin mir nicht sicher, ob es am selben Tag war, aber ich glaube schon. Ich glaube, es war, glaube ich, der Einweihungstag. Der Einweihungstag der Landesgeschäftsstelle in Potsdam am Bürohochhaus 1 bis 3 ist die Adresse. Also wer irgendwelche Dinge zu den Piraten bringen möchte, irgendwelche Dinge von den Piraten abholen möchte, wie zum Beispiel Flyer oder sonstiges, kann da gerne vorbeischauen. Das ist nämlich jetzt immer offen von 10 bis 16 Uhr am Dienstag und Mittwoch und von 17 bis 19.30 am Donnerstag. Und du betreust ja mehr oder weniger die Landesgeschäftsstelle? Ich betreue die Landesgeschäftsstelle am Dienstag und Mittwoch. Und der Bastian betreut sie am Donnerstag und falls jemand Lust hat, da irgendwie noch einen anderen Zeitpunkt zu besetzen, das wird sicherlich gerne gesehen, wer da noch mithelfen möchte, vielleicht am Montag oder einen anderen Tag. Und wann die Geschäftsstelle geöffnet ist, kann man auch im Kalender sehen. Da gibt es ja den Brandenburger Kalender und da gibt es auch die Landesgeschäftsstellentermine. Kann ja durchaus mal sein, das man halt doch nicht kann am Dienstag oder Mittwoch und dann bleibt die Geschäftsstelle entsprechend doch zu und dann ist man gut beraten, vorher in den Kalender zu gucken. Auf jeden Fall haben wir jetzt mit dieser neuen Geschäftsstelle einen tollen Anlaufpunkt, die auch schon reichlich genutzt wurde. Nämlich kurz nach der Eröffnung haben wir nämlich die sogenannte Potsdamer Konferenz der Piratenpartei in der Landesgeschäftsstelle Brandenburgs gemacht. Das war das Treffen der AG Außen- und Europapolitik. Auch darüber wurde reichlich berichtet nach der Berlin-Wahl. Da kam ein RBB-Team an beiden Tagen und hat Interviews geführt. Und das war sehr interessant, wie wir auf einmal beäugt werden von den Medien. Das hat sich sehr zum Positiven verändert. Vorher musste man halt hoffen, dass man vielleicht einen Medienverträger vor Ort hat und inzwischen kann man sich ziemlich sicher sein. Und da ist nicht nur einer da ist. Die Potsdamer Konferenz war quasi ein Bundestreffen von den Mitgliedern der AGs Außenpolitik und Europapolitik in Potsdam in dem neuen Büroraum, den wir dort haben, wo Platz ist für 20, 30 Personen, um dort halt solche Konferenzen zu machen. Das lief auch ganz gut. Da hat sich dann auch ein Antrag aus der Konferenz ergeben, den wir in Offenbach jetzt vor kurzem auf dem Parteitag beschlossen haben, den Piratenappell pro Europa, der sich quasi aus den Ergebnissen der Konferenz so zusammengestellt hat. Und dann gab es ja nochmal im Laufe des Podcasts haben wir ja schon mal das Thema gehabt, Überwachung statt. Und da gab es ja im Oktober etwas, was ans Tageslicht kam, das nannte sich Staatstrojaner. Genau. Und wenn ich mich richtig erinnere, der Staatstrojaner wurde dem TCC, also dem Chaos Computer Club zugespielt und da kamen dann so einiges am Tageslicht. Also es war wohl ein Trojaner, der von einer privaten Firma entwickelt wurde. und dann in diversen Fällen zum Einsatz kam und der wohl wirklich mehr konnte, als die gesetzlichen Rahmenbedingungen eigentlich zugelassen haben. Richtig. Also es gibt die Möglichkeit, so einen Staatstrojaner zu nutzen für den Staat, aber da hat das Bundesverpassungsgericht ganz klare gesetzliche Regeln festgeschrieben und das Problem bei diesem Staatstrojaner, der gefunden wurde, war, dass der in der Lage ist, Funktionalität nachzuladen. Also verschiedene Dinge, wie zum Beispiel Bildschirmfotos nachzuladen, also die Funktionalität, dass man Bildschirmfotos machen kann, nachzuladen, oder dass man die Festplatte durchsuchen kann, oder dass man die Webcam anzapfen kann, oder das Mikrofon, und sowas ist definitiv nicht erlaubt, weil da der Staatstrojaner eigentlich nur sicherstellen sollte, dass eben die Telefonüberwachung auf einem Computer auch möglich ist, dass man eben Telefonate, die via Skype geführt werden, eben auch auf einem Computer nachvollziehen können sollte. Und der Staatstrojaner, der dort gefunden wurde vom Core-Computer-Club, der konnte eben mehr und das ist halt ein Skandal gewesen, dass die Regierung sich offensichtlich nicht an ihre eigenen Gesetze hält, beziehungsweise an die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts. Das hat sich jetzt irgendwie wieder im Sande verlaufen. Eigentlich ist es ein Grund für viele Innenminister wirklich das Feld zu räumen und sich diesen schweren Fehler einzugestehen, aber irgendwie naja, wurde es halt wieder unter den Tisch gekehrt. Ein weiterer Grund war ja auch nur, dass der Staatstrojaner in besonders schweren Fällen eingesetzt werden darf, wo halt wirklich Terrorismus geplant wird oder ähnliche schlimme Aktivitäten und festgestellt wurde, dass tatsächlich der Staatstrojaner eben bei weniger schweren Dingen eingesetzt wurde, wie zum Beispiel bei der Verfolgung von Drogenhandel. Ja, und da gab es ja zeitnah zum Staatstrojaner, der auf dem Namen Ozzapftes getauft wurde. Genau. Und gab es dann noch einen weiteren Trojaner, oder gab es einen sogenannten Schultrojaner. Dingen gab es dann noch dazu. Wenn es nicht schon genug wäre, kam dann auch noch diese Schultrojaner Geschichte hinzu. Da sollte nämlich mit diesem Gerät, mit dieser Software sichergestellt werden, dass auf Schulrechnern keine Urheberrechtsverletzungen begangen werden. Also keine urheberrechtlich geschützten Dinge sich auf Rechnern der Schule befinden, die nicht wirklich von der Schule bezahlt wurden. Und dazu sollten quasi auf Schulrechnern von ungefähr vier Prozent der Schulen diese Software installiert werden, die quasi dann Alarm schlägt, wenn sie irgendwas Schlimmes findet. Irgendwelches urheberrechtliche Material findet. Um sowas zu finden, muss natürlich die Festplatte gescannt werden, das ist natürlich wieder ein tiefer Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung, weil ja Schulrechner auch privat genutzt werden oder weil Privatrechner auch in der Schule genutzt werden, die ja demzufolge auch gescannt werden müssten. Und sowas geht mal gar nicht. Da haben die Berliner Piraten, die ja dann schon im Parlament waren zu diesem Zeitpunkt, das Thema auch ziemlich gut besetzt im Parlament und dort sehr emotional Reden gehalten, um halt diesen Schultrechner zu verhindern, weil das einfach mal ziemlicher Unsinn ist. Und im Moment ist es wohl so, dass diese ganze Geschichte auf Eis liegt, soweit ich das weiß, dass da erstmal nicht weiterentwickelt wird. Müsste man mal schauen, wie das weitergeht. Und dann gab es ja auch eine Anfrage zum Schultrojaner. Genau, also der Schultrojaner, der ist ja wie gesagt im Bereich Bildung wird ja genutzt, genauso wie auch der Staatstrojaner ja von den Landesregierungen genutzt worden. Bildungsprogramm mal anders, genau. Da hat die Brandenburger Piratenpartei zu beiden Trojanern Anfragen an die Landesregierung gestellt und vor kurzem auch eine Antwort bekommen, die aber nicht besonders umfangreich war. Na, Hauptdache ist erstmal, dass das für Aufsehen gesorgt hat und dass das in Hoffnung dass es in naher Zukunft erstmal nicht in die Richtung weitergeht, die ist ja erstmal vorhanden. Aber sowas kommt immer wieder. Die Vorratsdatenspeicherung wurde abgebügelt und jetzt soll sie wieder eingeführt werden. Also ich würde aber gerade mit den Trojaner Geschichten würde ich zumindest einen Teilerfolg für die Piraten anrechnen, dass es aufgehalten wurde, weil es wirklich oft von hier, also von der Piratendata wirklich scharf attackiert wurde und es mindestens ein Teil dazu beigetragen hat, dass es erstmal nicht dazu gekommen ist. Das ist meiner Sicht eine Dinge. Ich glaube wirklich, dass es was geholfen hat. Und ja, Vorratsdatenspeicherung werden sie ich glaube, dass sie kommt. Dass sie wiederkommt? Ich glaube, dass sie wiederkommt. Naja, die Justizministerin wehrt sich im Moment dagegen, dass sie wiederkommt. Tja, solange sie am Ruder ist, denke ich, wird es wahrscheinlich schwierig. Wir werden sehen, hoffen wir das Beste. Jedenfalls gab es dann noch Ende des Jahres, im Dezember den schon viel erwähnten Bundesparteitag in Offenbach. Die ganze Zeit erwähnten Bundesparteitag, obwohl der ganz am Ende war, in Offenbach, am Main. Das ist am Main. Und das war ein unglaublich wichtiger Parteitag, wie ich finde, weil der auch unglaublich medienwirksam war. Das war sozusagen ein Kreuzfeuer der Medien. das war unglaublich viel beachtet. Es gab auch Phoenix, eine ganz lange Reportage mit Live-Berichterstattung über den Bundesparteitag. Fand ich persönlich nicht schlecht gemacht. Dann gab es wirklich überall wurde berichtet. Es wurde auch teilweise ein bisschen falsch berichtet. In der Bild-Zeitung stand, dass es der erste Bundesparteitag hier geraten ist. Das stimmt nicht ganz, das war der neunte. Naja, die Zeitung. Also man soll nicht immer alles glauben, was man hört und was man liest. Aber da wurde viel beachtet und da wurde auch viel gemacht. Es gab gerade weil da dieser Zustrom von neuen Mitgliedern war von knapp über 12.000 zu dem Zeitpunkt, glaube ich, waren es circa 18.000. gab es auch erst mal einen Fluch von Anträgen. Wie es überhaupt zu sowas kommen kann, weil wir haben ja vorhin schon mal erzählt, Pirat sein heißt, dass man sich nicht durch irgendwelche Hierarchien hochschlafen muss, sondern wie, ich glaube, Marina Weismann hat es mal treffend formuliert, bei uns schläft man sich nach unten. Im Prinzip kann jeder Pirat einen Antrag stellen, der dann auf dem Bundesparteitag besprochen und entweder angenommen oder abgelehnt werden konnte. Und da waren ganz schön viele Anträge, es waren über 200 und einer der ersten Anträge, die abgestimmt wurden, war, wie dann über die Anträge abzustimmen ist, welche Reihenfolge. Und zwar wurde dann letztendlich sich für das Top-40-Verfahren entschieden, das heißt, es wurde im Vorfeld bereits eine Umfrage gemacht, welches die 40 interessantesten Themen der Piraten für den Bundesparteitag sind, das wurde angenommen und es sollte danach verfahren werden. Wurde leider nicht ganz. Viele Sachen wurden dann doch einfach vertagt, sage ich mal. Dafür gab es andere Sachen, die so in Konkurrenz mit den Anträgen standen, die mitbehandelt wurden. Das stimmt, es wurde natürlich immer, wenn ein Antrag behandelt wurde, mussten auch die konkurrierenden Anträge dazu behandelt werden, weil es wäre natürlich ein bisschen unfair oder schwachsinnig, einfach. Was nicht behandelt wurde, wurden Hauptwahren, hauptsächlich Themen wie Finanzwirtschaft, also wirtschaftliche Themen. Wirtschaftsthemen kamen nicht, Umwelt wurde auch nicht weiter ausgebaut, aber dafür viele andere Sachen. die wohl umfangreichste Debatte war zum bedingungslosen Grundeinkommen, kurz BGE. Das war meiner Auffassung nach die längste Debatte, die es gab, die war wirklich sehr hitzig, da gab es dann unglaublich viele Meinungen zu und der wurde letztendlich dann angenommen. Ja, und zwar ganz knapp mit 66,9%, 66,66% und so weiter wären notwendig gewesen, 66,9% wurden es. Und eigentlich geht es ja in dem Antrag noch nur darum, dass eine Enquete-Kommission einberufen wird, um zu prüfen, also das heißt, wenn die Piratenbälle im Bundestag sitzt, dass eine Enquete-Kommission einberufen wird, um überhaupt die erst mal prüfen soll, ob das überhaupt gehen würde oder wie das gehen würde mit einem bedingungslosen Grundeinkommen. Das ist eigentlich die ganze Geschichte dahinter. Da wurde noch nicht beschlossen, wie hoch das sein könnte oder ob das wirklich komplett bedingungslos wäre, weiß ich nicht. Ganz bedingungslos geht ja gar nicht. Ganz bedingungslos geht natürlich nicht, weil wir haben ja nun mal Nationalstaaten, von daher muss man uns auch auf den Nationalstaat zumindest beziehen. Man muss es zumindest auf die Staatsbürgerschaft beziehen wahrscheinlich. Naja, man könnte es auch an je lebende Ausländer ausgeben. Das ist halt immer die Frage. Man muss halt überlegen, in der EU kann jedenfalls kann theoretisch jeder EU-Bürger nach Deutschland ziehen. Wenn es dann halt eine Massenwanderung nach Deutschland gibt, weil es dann ein komplett bedingungsloses Grundeinkommen gibt, dann wäre immer noch die Bedingung, dass man in Deutschland sein muss. Dann wäre das immer noch eine Bedingung. Bedingungslos ist es sowieso nicht ganz und im Grunde sagt der Antrag ja nur, dass diese Enquete-Kommission verschiedene Modelle aufstellen soll, die möglich wären, theoretisch. Und der Antrag sagt dann aber auch, dass es quasi eine Volksabstimmung auf Bundesebene geben soll, die darüber beschließt, welches Modell und ob überhaupt das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt werden soll. Genau. Das sind eigentlich zwei Anträge, weil eine Volksabstimmung auf Bundesebene gibt es gar nicht. Die müsste man vorher noch schaffen, die Möglichkeit. Bedingungsloses Grundeinkommen ist natürlich so eine Sache, ich glaube, das ist somit die Sache, die am stärksten so sviespältig gesehen wird an der Partei. So habe ich zumindest die Auffassung. Deswegen auch die Diskussion, Deswegen die lange Diskussion. Ich persönlich, meine Meinung ist, im Moment bin ich noch nicht wieder dafür, aber ich lasse mich durch entsprechende Argumentation gerne überzeugen, dass wenn jemand gute Gründe hat, wie man das machen könnte, dann lasse ich mich auch davon begeistern. Ja. Dann gab es auch noch andere interessante Anträge, die eigentlich nicht ganz so neu waren. Wenn man sich jetzt überlegt, der Drogenantrag zum Beispiel, es gab zwei verschiedene drogenpolitische Anträge, die angenommen wurden. ganz so neu sind die gar nicht. Wenn man sich überlegt, kurz zuvor gab es bei den Linken auch mal so eine Diskussion, dass Zwecks Legalisierung von Rauschmitteln genau. Also die Linken haben auch irgendwas auf ihrem Bundesbeteiltag beschlossen, was die Legalisierung von Drogen angeht und bei uns kam es halt auch wieder, das haben wir uns natürlich von den Linken nicht geklaut, sondern von den Berliner Piraten und von den NRW Piraten, da kamen nämlich diese beiden Anträge her aus NRW und Berlin, die haben die nämlich schon in den Landesprogrammen und die standen erst in Konkurrenz zueinander, wurden aber schließlich beide angenommen, weil sie halt inhaltlich viele Übereinstimmungen hatten und sich gegenseitig zwar teilweise konkurriert haben, aber auch in vielen Bereichen ergänzt haben. Genau. Da geht es natürlich nicht darum, sollte man das jetzt denken, dass jetzt jeder anfängt wild durch die Gegend Drogen zu nehmen, sondern es geht ja gar nicht darum, um Sucht zu fördern, es geht nur darum, dass anders damit umgegangen wird. Genau, dass eben anders damit umgegangen wird, Sucht zu vermeiden. Genau. Also, dass man wirklich auf die Sucht eingeht und nicht auf die Drogen. Also, das ist zumindest die Intention des suchtpolitischen Antrags, dass man sagt, dass man umfassend darüber aufklärt, was sind Süchte, wovon kann man süchtig werden, wie wirkt sich das aus und dass Leute quasi sehr informiert sind über Drogen und wissen, worauf sie sich einlassen, wenn sie Drogen nehmen und wenn sie süchtig werden sollten, dass eben dann auch geholfen wird. Genau, es gibt da, verweise ich mal auf eine Folge von Klabautergas, die könnte man ja auch noch verlinken, da gab es einen sehr interessanten Podcast zum Thema Drogenpolitik, der beschäftigt sich auch sehr ausführlich damit und ich finde es auch sehr überzeugend, ehrlich gesagt, dass man hier nicht mehr unbedingt nach dem Prohibitionsverfahren urteilen muss, sondern dass man da wesentlich mehr von hat, wenn man einfach was legalisiert, weil es nehmen ja nicht mehr Leute Drogen, nur weil es dann auf einmal legal ist, also ich würde auch nicht anfangen auf einmal Drogen zu nehmen, nur weil ich sie jetzt haben kann. Das war jetzt einfach mal so und eigentlich hat es fast nur Vorteile. Man kann es kontrollierter abgeben, man unterbindet den Schwarzmarkt damit und man nimmt sogar Geld mit ein. Das ist eigentlich die Vorteile, die ich persönlich aus und sehr. Dann gab es noch auf dem Bundesparteitag eine ganze Reihe anderer Anträge und da war noch sehr kuriose Anträge mit, weil es gab, also aus meiner Sicht kurios, Antrag auf gesetzliche Verankerung des Chronotypen so, in der Art. Weißt du, was der Chronotyp ist? Der hat es unter die Top 40 geschafft. Es geht darum, dass es gesetzlich verankert wird, wie dein eigener Biorhythmus gesetzlich verankert wird. Das heißt, wenn du halt ein Nachtmensch bist, der halt den ganzen Tag überschläft, dann muss sich dein Arbeitgeber demgegenüber anpassen. Deine Arbeitsstelle muss so ausgelegt werden, dass sie sich deinem Biorhythmus anpasst. War der echt in den Top 40? Der war in den Top 40. Auf jeden Fall wurde der nicht abgestimmt. Ich kann dir den auch raussuchen. Okay. Also, ja gut, da weiß ich jetzt den Wortlaut nicht. Ich hätte den auch nicht komplett im Kopf, aber grundsätzlich ist es ja richtig, dass es Leute gibt, die eher nachtaktiv sind und Leute gibt, die eher morgens oder abends aktiv sind und ich weiß es ja auch von mir selber, ich werde erst abends so richtig mobil. Das ist schon richtig, aber die Frage ist, wie sinnvoll ist sowas? Das kann man natürlich nicht in allen Bereichen machen. Wie gesagt, ich bin in der Nachrichtenbranche tätig und wenn ich sage, ich möchte jetzt verschlafen, dann habe ich nichts, habe ich was verpasst. Oder wenn ein Lehrer von der Schulklasse sagt, er hat keine Lust oder so ist es bestimmt nicht gemeint. Ja, so ist es nicht gemeint, aber ich meine, man muss ja überlegen, wie man Berufe organisiert, wenn man Leute hat, die eher abends arbeiten, die eher nachts arbeiten, die eher am Tage arbeiten, morgens arbeiten, dann werden die Leute sich entsprechend auch diese Dinge oder diese Berufe aussuchen. Also ich denke mal, es war ein Antrag, ich verstehe schon, natürlich wäre es geil, wenn ihr so arbeiten könnt, wie ihr möchtet, aber ich sehe es sehr skeptisch und für mich war es eher so ein Antrag. Wenn man jetzt auf das Schulbeispiel geht, dann könnte man ja sagen, es gibt Schüler, die fangen gerne morgens an, dann macht man eine Morgenschule, wo die Lehrer auch die Lehrer sind, die gerne morgens anfangen und dann macht man noch eine zweite Schule, eine Abendschule, wo halt die Lehrer erst nachmittags anfangen und die Schüler halt auch erst nachmittags anfangen. Also theoretisch ist sowas schon möglich, ist es nur irgendwie komplett anders als funktioniert das zur Zeit auch recht gut, mehr oder weniger. Das geht halt darum, dass Leute zu dem Zeitpunkt arbeiten, wo sie am effektivsten sind. Genau. Kann man sehen, wie man will, ja. Das bringt natürlich dann auch mehr, als wenn da so ein müder... Ich sag mal, es gibt ja auch Studien, die sagen ja wirklich, dass du auf einem Mittwoch die höchste Arbeitsfähigkeit hast, dass die Montag und Freitag besonders gering ist, weil du da noch sehr aufs Wochenende fixiert bist in der Regel und am Wochenende am höchsten ist. Ich sag mal, das ist ja auch so eine Sache, das sind so Sachen, die kann man irgendwie gar nicht teilweise so abgrenzen. Und dann sehe ich das immer noch ziemlich schwierig, wie man das dann handhaben möchte. Aber egal, es war ja eigentlich nur ein Beitrag, was es da für andersartige Anträge sogar, den kann man auch sicherlich gut finden. Ich bin da, wie gesagt, stehe ja nicht ganz dahinter. Naja, je nachdem, wie der Antrag formuliert ist, würde ich den auch befürworten, wenn man jetzt mehr Möglichkeiten schafft, auch anders zu anderen Tageszeiten zu arbeiten. Warum nicht? Das ist jedenfalls ein schönes Beispiel daran, wie Basisdemokratie funktioniert, dass jeder einen Antrag einbringen kann und der hat es immerhin unter E-Top-40 nicht geschafft. Ja, wenn er gut ist. Es scheint genug Leute zu geben, die sich dafür interessieren. Genau. Aber der wurde nicht abgestimmt, da könnte ich mich dran erinnern. Was vielleicht noch erwähnenswert ist, vorhin hatten wir schon gesagt, das Urheberrecht, da haben wir ein neues Programm beschlossen. Dann dieser Piratenappell pro Europa, den hatten wir ja auch schon erwähnt und die bessere Trennung von Kirche und Staat haben wir noch beschlossen. Halt ich für besonders wichtig. Den halte ich auch für ziemlich wichtig, weil im Moment es so ist, dass die christlichen Kirchen in Deutschland extrem bevorzugt werden gegenüber anderen religiösen Einrichtungen, obwohl wir eigentlich laut Grundgesetz keine Unterschiede machen zwischen Leuten, die unterschiedliche Religionen haben. Also warum fördern wir die christlichen Kirchen mit sehr viel Geld, während wir andere Religionsgemeinschaften in Deutschland nicht fördern? Das ist halt auch eine Art von staatlicher Ungleichbehandlung und von daher sollte man das denke ich dort an der Stelle ändern. Ja. Da kann man erstmal nichts mehr zu sagen. Okay. Das ist eine gute Akkommitation. Bundesparteitag in Offenbach. viel gab es da zu sehen. Viel wurde da beschlossen. Eigentlich nicht so viel, wie sich für zwei Tage vorgenommen wurde, aber immerhin kam da ein bisschen was zustande. Ich denke, es ist einen ganz großen Schritt vorangegangen. Also noch vor dem Bundesparteitag hieß es halt ständig die Ein-Themen-Partei, die Internet-Partei, obwohl wir auch da schon ganz viele mehr Themen hatten. Und nach dem Bundesparteitag wurden die Stimmen dann aber doch schon ein bisschen leiser. Dass wir uns nur mit dem Internet beschäftigen, konnte man ja auf diesem Bundesparteitag absolut nicht behaupten, weil bis auf das Urheberrechtsthema waren es eigentlich alles andere Themen, um die es ging. Und die Piratenpartei ist halt doch eher eine Partei, die sich halt für das ganze politische Programm einsetzt, eben nur auf eine andere Art und Weise wie die anderen Parteien. Das stimmt, ein Themenpartei, das war gerade nach der Berlin-Wahl ein beliebtes Wort, eine Internetpartei, die Nerd-Partei, Umbenennung von Deutschland in Nörd-Korea. Der Parteidegger Offenbach hat bewusst gemacht, dass es nicht so ist. Der hat unglaublich gezeigt, dass die Themen sehr breit gefächert sind, dass es ein absolutes Klischee war mit einer Themenpartei und der hat mit vielen Vorurteilen erstmal aufgeräumt. Auch was schon mal angesprochen hatte mit der Frauenquote, die dann doch auch höher war auf dem Parteitag, als man annehmen konnte, Meldungen zufolge waren, das war ein Drittel, was eigentlich nicht wenig ist für eine politische Veranstaltung. Ebenfalls für Frauen sind scheinbar nicht so sehr in der Politik interessiert dennoch bei Piraten. Jedenfalls diese Klischee von einer IT-Partei, ich glaube, dass es erstmal durch diesen Bundesparteitag gut geräumt werden wurde, ich habe vorhin schon mal erwähnt, es gab eine Reportage bei Phoenix, die recht lang war, da wurde das auch eine Stunde Piraten Parteitag, ja, ich habe auch schon mal auf Phoenix was gesehen, das war totaler Mist, finde ich, also es ging auch um die Piraten und jedenfalls diese Reportage im Bundesparteitag fand ich echt gut, natürlich man hat auch gesehen, es ging da um zum Beispiel Zwangsmitgliedschafts in Kammern, so war es zum Beispiel ein Thema, wo man eigentlich, ich glaube, das ist auch schon stehen, erstmal nicht mit gerechnet hätte, dass da sowas zur Abstimmung drankommt, weil das doch eigentlich vielleicht gar nicht so ein piratisches Thema ist, wie man jetzt auf den ersten Blick vermuten könnte, das war zum Beispiel eine Sache, die da berichtet wurde und ich glaube, das ist ein gigantischer Vorteil, dass man halt dadurch symbolisiert, eine größere Masse, ein größeres Spektrum an Themen einfach abdecken zu können, um zu zeigen, wenn du Pirat bist, dann kannst du Basisdemokratie betreiben, nicht nur für ur-piratische Themen, sage ich jetzt mal, wie das Urheberrecht, sondern für alles Mögliche, wirklich, weil ansonsten, wir werden davor darauf gekommen, dass man als Pirat sich für, weiß ich nicht, für das Verkehrsnetz oder für Gesundheitspolitik auf piratische Weise einsetzen kann, indem man selber seine eigenen Vorstellungen da einbringt. Genau, also man, es gibt noch viele Lücken und es gibt noch viel zu tun und jeder kann quasi sich bei den Piraten nach seiner Zeit, die er hat und einbringen möchte, quasi einbringen und auch wirklich was gestalten. Genau, das war der Bundesparteitag in Offenbach am Main. Dann geht das ja auch lange zu Ende. Wir sind ja schon beim Dezember angekommen und dann gab es aber trotzdem noch eine Gründung von einem Regionalverband. Wir hatten es schon mal angesprochen, es war Barney im Uckermark. Genau, das ist der letzte Regionalverband, der sich noch gegründet hat in diesem Jahr. Das war jetzt noch vor der Weihnachtsfeier, glaube ich. Wann war denn das? Egal. Auf jeden Fall hat sich da am 16. 12. war das in Eberswalde. Da haben sich dann fünf Leute gefunden, die den Regionalverband zukünftig leiten werden als Vorstand. Und dann werden wir mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Da haben wir ja auch schon vorhin doch ein paar Worte drüber verloren. Dann darf gespannt sein. Danach hatten wir nur noch die Weihnachtsfeier in der Landesgeschäftsstelle und haben da quasi das Jahr noch mal gemütlich ausklingen lassen. Genau. Und noch ein paar neue Piraten kennengelernt. Da kamen dann doch noch ein paar Leute, die man noch gar nicht kannte. Das ist dann immer wieder interessant und gut zu sehen. Was man vielleicht auf jeden Fall noch erwähnen sollte, auf jeden Fall, nicht nur vielleicht, ist die unglaublich vielen Neumitglieder, die unglaublich vielen Treffen, die wir am Ende des Jahres hatten, in immer neuen Stammtischen, die entstanden sind, nach der Berlin-Wahl, wo sich ganz viele Piraten miteinander treffen und auch Leuten, die einfach nur Interesse an der Partei haben, erklären, was die Piratenpartei ist und worum es geht und denen das schmackhaft machen, sich selbst einzubringen, selbst Politik zu machen, selbst was in ihrer Regierung verändern zu können. Da hat sich ziemlich viel getan, insbesondere in den Gebieten, wo sich jetzt die Regionalverbände erst gründen oder eben im Warnium, wo sich das jetzt gegründet hat, wo jetzt im neuen Jahr auch schon Gründungen in Potsdam Mittelmark und im Bereich Ostprygmitz, Rupin und Prignitz terminlich festgelegt haben, das soll nämlich Ende Januar soll Potsdam Mittelmark der Kreisverband gegründet werden und Anfang Februar schon der Regionalverband Prignitz Rupin, eben aus den beiden Kreisen, aus Prignitz Rupin und Prignitz, da ist einfach mal wirklich viel Bewegung, da sind viele aktive Neumitglieder, die sich sehr engagieren, da ist nochmal zwei zu nennen, Mandy und Jens aus Potsdam Mittelmark sind unglaublich aktiv und bringen sich unglaublich ein und helfen unglaublich viel mit, das ist schon toll, so neue aktive Leute zu haben und das ist natürlich auch dank der Berlin-Wahl alles Ende des Jahres möglich geworden. Also im Allblick gucken wir mal auf ein sehr erfolgreiches Jahr wie Piraten zurück, auch in Brandenburg. Genau, extrem erfolgreich, obwohl es anfangs ein bisschen schleppend begonnen hat, durch die Berlin-Wahl sind jetzt ganz neue Perspektiven da, schauen wir mal, ob wir es in Schleswig-Holstein packen, das ist dann die nächste Landtagswahl im Mai und dann müssen auch wir bald anfangen mit Wahlkampf Vorbereitung, weil im Jahr 2013 haben wir ja die Bundestagswahl, da muss ja jeder, jedes Bundesland ran, Kandidaten aufstellen, Wahlprogramm schreiben, Flyer verteilen, Plakate, Medien, alles muss aufgefahren werden und Schnellwahl müssen her und da gibt es viel zu tun, also jetzt im nächsten Jahr mit Sicherheit viel an Vorbereitung und im Jahr 2013 dann wirklich richtig viel Wahlkampf und andere Tätigkeiten und 2014 geht es dann direkt weiter mit Europa und Landtagswahl und auch Kommunalwahlen da sind dann zwei sehr aktive Jahre zu befürchten, da müssen wir nächstes Jahr denke ich viel Vorarbeit leisten genau es gibt ja auf der Landesebene für 2014 wird ja bereits jetzt begonnen für 2014 das Wahlprogramm dann schon auszuarbeiten da gibt es einmal die AG Politik die sich mit der ich würde jetzt sagen Themenfindung oder für die politischen Themen auseinandersetzt und dann gibt es noch es hat der Rico wie ist der Rico Bogaz der hat mehr oder weniger zu dem gerufen gibt es eine Taskforce Wahlkampf und eine Taskforce Wahlprogramm da können auch Piraten aktiv das Wahlprogramm durch Vorschläge mitgestalten es ist auch über Piratenpads angelegt wo halt verschiedene Themenbereiche wie Bildung Gesundheit oder auch Wirtschaft gemiedert sind und da kann man Vorschläge einbringen was man denn ins Wahlprogramm gerne hätte genau also ich kann mir durchaus vorstellen dass die Sachen die da drin stehen auch von der AG Politik als Vorlage genutzt werden weil ich sag mal wenn da schon Leute was reinschreiben was sie gerne hätten für das Wahlprogramm kann ich mir durchaus vorstellen dass das von der AG Politik noch aufgegriffen wird und eventuell noch erweitert wird ja aber das werden wir sehen ja da gibt es viel zu tun was an Vorbereitung zu machen ist man kann natürlich auch nach Schleswig-Holstein fahren und dort vor Ort unterstützen wenn man die Zeit und die Lust hat da lässt sich sicherlich auch schön Urlaub machen könnte ich mir vorstellen vielleicht kann man da ein bisschen Zeit in den Wahlkampf investieren von dem Urlaub und in Brandenburg wenn wir dann wahrscheinlich oder voraussichtlich im Juni und im August unsere Parteitage haben der Landesvorstand hat schon ausgeschrieben dass für die Parteitage Orte sich bewerben also wer Interesse hat in seinem Landkreis den Parteitag auszurichten der ist natürlich an der Stelle aufgerufen sich zu bewerben und dem Landesvorstand Angebote einzureichen denke mal mit 100 Leuten werden wir da bestimmt rechnen dürfen auf den Parteitagen es wird sicherlich spannend wollen wir noch ein paar Dankesworte verlieren Dankesworte es gibt es gibt ja beim Edelstoff Podcast von den Berlinern diese nette Sitte quasi am Ende jedes Podcast noch ein paar Leute zu erwähnen die besonders präsent waren in der letzten Zeit und besonders viele tolle Sachen gemacht haben und ich hab da ich hab mal ein paar aufgeschrieben dass man das mal analog machen könnte wobei sich dann auch niemand benachteiligt fühlen soll weil es ja jetzt nicht erwähnt erwähnt wird ein paar haben wir ja schon erwähnt die brauchen wir jetzt vielleicht nicht nochmal erwähnen man hat das ja überall dass man halt Leute hat die aktiv sehr viel gestalten und Leute die halt passiv sind die halt das ist auch natürlich nichts Schlimmes also ich sag mal man kann auch durch passives Verhalten eine Partei unterstützen indem ich einfach nur abstimme oder anwesend bin oder einfach ausgerecht bin und da gab es da gibt es natürlich auch Leute die wiederum sich wirklich enorm engagieren und vielerorts auch viel tun genau ja also was man vielleicht nicht so sieht die Leute die man es vielleicht nicht so sieht sind vor allem die Leute die im Technikbereich arbeiten die dafür sorgen dass unsere Infrastruktur immer läuft unsere Webseite immer läuft unser Mumble läuft und alles an Infrastruktur genutzt werden kann und wir quasi online uns zusammenfinden können um über das Programm uns zu unterhalten oder neue Vorschläge auszuarbeiten und da gibt es zum Beispiel den Uwe der keine Dankesworte möchte da sollen wir uns bedanken bei ByteCamp VarioMedia Debian Wordpress Davical und dem Media Wiki und anderen Open Source Entwicklern also danke liebe andere Open Source Entwickler ja und auch Micha unser Landesvorsitzender macht ja extrem viel in Sachen Technik nicht nur die Sachen die man eh schon von ihm erwartet dass er eben in Presse und Landesvorstand präsent ist da haben wir ihn ja für gewählt solche Sachen denke ich mal sind ja sind natürlich gut wenn er da sich sehr einbringt aber dass die Technik nebenbei funktioniert dass er sich einbringt in der Mitgliederverwaltung in der Mitgliederbetreuung das ist natürlich klasse ebenso in der Mitgliederbetreuung sind auch Clara und Veit und Holger sehr aktiv die zusammen mit mir das machen und die besonders jetzt nach der Berlin-Wahl doch eine ganze Menge zu tun hatten mit den Neumitgliedern die dann Fragen gestellt haben jetzt ist das Ganze doch wieder ein bisschen abgeebbt aber traut euch ruhig wir sind fünf Leute wenn ihr Fragen habt fragt einfach da gibt es diese Mitgliederbetreuung ja dafür und wenn ihr mithelfen wollt dann sagt Bescheid dann könnt ihr gerne mitmachen ja Rico ist unglaublich aktiv was die Pressearbeit angeht also wer in unserem Blog guckt da sind auf Landesebene pro Monat zahlreiche Blogartikel zu finden das ist vor allem ihm Rico zu verdanken der in unglaublich aktiver Pressearbeit ständig dafür sorgt dass der Blog mit Artikeln gefüttert wird das ist doch sehr positiv geworden in diesem Jahr im Vergleich zu den Jahren davor wo das dann doch eher vielleicht auf ein zwei Artikel im Monat wenn denn überhaupt hinaus lief dann haben wir auch Bastian der immer wahnsinnig viel organisiert auf den Landesparteitagen auf Treffen der immer die ganze Technik mitschleppt der die Versammlungsleitung überall macht der Hotelzimmer reserviert und so weiter und so fort all der organisatorische Kram der erledigt werden muss ja der fällt dir noch so ein der besonders herausragend war in dem Jahr man muss auch dazu sagen ich bin natürlich wie ich schon mal gesagt habe ich bin ja erst in diesem Jahr beigetreten und noch nicht so lange Mitglied ich habe ich persönlich danke Sven Weller sehr viel der mich wirklich tatkräftig unterstützt und ich finde der macht unglaublich viel im Landesverband bei dem ich immer Rat bekomme wenn ich Fragen habe und der mich auch gerade hier im Kreisverband Brandenburg unglaublich unterstützen tut weil wir hier eine Menge Projekte haben und ich glaube das würde ich ohne ihn so nicht bewältigen können das ist auch einer von den Piraten die so aktiv immer in den Stadtverordnetenversammlungen sind so wie auch Heiko in der Uckermark das finde ich unglaublich wichtig dass das Leute von uns da hingehen weil man kann nicht über Politik reden wenn man nicht dabei ist und auch wenn man nicht selbst in solchen Versammlungen wie in der Stadtverordnetenversammlung drin gewählt ist sollte man die sich zumindest anhört damit man überhaupt darüber ein Urteil verhinden kann was da passiert weil es gibt halt man kann halt nur über Entscheidungen diskutieren wenn man die miterlebt hat wenn man weiß worum es da überhaupt geht und warum die vielleicht so ausgefallen sind wie man sie nicht so gern gehabt hätte und da ist gerade jetzt wenn da jemand dem ich es hoch anrechne dass der in viele Ausschüsse geht dass der zu jeder Stadtverordnetenversammlung in Brandenburg geht und dass der auch regelmäßig anderen Piraten davon berichten kann die zu diesem Zeitpunkt nicht dort hingehen können bei ihm ist es natürlich auch ohne ihn Bürgermeisterwahlen werden wahrscheinlich nichts geworden da hat er nämlich wirklich mobilisiert und die Leute dazu bewegt zu helfen Unterschriften zu sammeln und die Flyer zu verteilen das hat zwar alles zeitlich sehr sehr knapp immer doch alles super geklappt und wir haben es ja immerhin geschafft die beiden Kandidaten durchzubekommen und recht gute Ergebnisse einzufahren jetzt in diesen in den neuen Regionalverbänden und auch in den Kreisverbänden tut sich unglaublich viel wo die ganzen neuen Mitglieder dazu kommen die haben glaube ich alle viel zu tun und machen da eine tolle Arbeit um die neuen Mitglieder in die Piraten Infrastruktur und die wie man bei den Piraten Anträge einreicht wie man Themen vermittelt oder wie man sich einbringen kann richtig viel Aufklärungsarbeit leisten und richtig viel sich einbringen oder auch die ganzen Neupiraten die sich innerhalb von kürzester Zeit sehr engagieren das ist schon unglaublich und ich habe ich habe mir das nicht so erträumen lassen Anfang 2011 dass das eigentlich noch so toll ausgeht für uns und wir quasi jetzt am Ende des Jahres so gut dastehen dass wir quasi auf ein tolles Jahr 2012 blicken können was uns bestimmt bevorsteht und quasi tatkräftig weitermachen können ja das freut mich schon sehr muss man da schon sagen da kann man denke ich ganz engagiert ins nächste Jahr blicken und hoffen dass es so weitergeht und viele neue engagierte Leute dazukommen und sich einbringen mit allen ihren Fähigkeiten und wir wirklich was verändern können in der Politik und wirklich die mithilfe von Transparenz und besserer Beteiligung wirklich Demokratie neu organisieren können und wirklich eine bessere ein besseres Leben für uns alle schaffen können das wollen wir mit Sicherheit so das war eigentlich schon so gut wie am Ende von unserem Podcast in dem wir auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken können Dankeschön an diejenigen die es bis jetzt durchgehalten haben und wir wollen eigentlich ich muss noch auf eins eingehen und zwar anfangs haben wir euch den Podcast als Podcast des Landesverbandes Badenburg vorgestellt und wir haben auch gesagt es ist ein besonderer Podcast weil das gleich ein Jahresrückblick ist und im Jahr 2012 wollen wir dann natürlich viele weitere Podcasts machen das hängt immer von der Zeit ab und von den Themen die sollen und die sollen die sollen nicht nur unbedingt landesdeckend sein ich sag mal wenn wenn jemand in einem Kreisverband ein Thema hat was kommunal bezogen ist könnte man das natürlich auch hier im Podcast dementsprechend besprechen diskutieren man kann sich Leute einladen man kann Vertreter von bestimmten Ämtern zu einem Podcast einladen mit dem man was bespricht mit dem man Probleme bespricht man versucht gemeinsam Lösungsansätze zu finden und da sind wir für alles offen dann bin ich ich wurde zum Ansprechpartner an Land weil der Podcast mehr oder weniger meine ich lieber das heißt wer gerne an einem eigenen Podcast mitwirken möchte der kann sich bei mir ich bin ja Ducktail melden und am richtigen Leben heiße ich dann Sven Pinke und da findet man mich im Wiki vom von Brandenburg vom Land Brandenburg als Kreisvorsitzenden für Brandenburg an der Havel und da müsst ihr an mich auch Kontakt finden ja ein Problem haben wir noch und zwar wie nennen wir unseren Podcast jetzt wir haben halt nur gesagt Podcast eines Verband Brandenburg das hört sich doof an finde ich und nun haben wir schon einige Vorschläge hier bekommen wie wir das nennen können wir können ja mal kurz durchgehen und so richtig überzeugt sind wir noch nicht so richtig überzeugt der richtig Knaller ist noch nicht dabei genau also falls ihr Vorschläge habt dann immer her damit also wir haben jetzt zum Beispiel Fontanelle also in Anlehnung an Fontane Theodor Fontane den Markkast Gegenkurs Gezeitenkast das ist Bullauge Blindfisch Seemannsgarn Affenfelsen Kielwasser das sind alles hauptsächlich sehr marine Themen wo man auch meinen könnte dass sie zu den Piraten passen meiner Meinung nach ein bisschen zu marine typisch wird auch vielleicht so ein bisschen auch wenn es halt die Piratenpartei ist würde ich vielleicht auch ein bisschen versuchen davon wegzukommen so extrem marine Schlagwörter zu nehmen wenn die Merk das dann doch sagt sie möchten halt Kielwasser Podcast dann kann man da sicher darüber reden es gab auch einen Vorschlag die Blitzmerker also abgeleitet von der Mark Brandenburg dass man den Podcast die Blitzmerker nennt meine Idee war es den Rauschkast zu nennen der Rauschkast Rausch als einer der Kernthemen der Piratenpartei ich hoffe wir rauschen auch nicht so sehr hier beim Podcast weil irgendwie passt es ja auch zum Podcast weil man sich hier mit den Stimmen anderer Leuten irgendwie berauscht und im Hintergrund vielleicht noch so ein leises Rauschen hört weil die Aufnahmegeräte nicht allzu perfekt sind wäre ein Vorschlag von mir der Rauschkast irgendwie ein kurzer Name den man sich merken kann der der passt auch wieder maritim schon ein bisschen wegen dem Meeresrauschen Meeresrauschen da man haben wir doch den perfekten Bezug wieder gefunden Moment mal so ein schlechter Name ist es auch nicht Meeresrauschen der wäre Maritim Meeresrauschen Meeresrauschen Rauschkast Okay Das Meeresrauschen aus Brandenburg Ja Wäre schöner gewesen wenn wir jetzt hier direkte Mehrverbindungen hätten Ja Na gut darüber können wir noch diskutieren Okay Okay Christoph ist gerade geschauen Das war schon mit unserem allerersten Podcast den wir gemacht haben hoffen wir dass im Januar gleich ein neuer Erfolg Themen wissen wir noch nicht bis dahin wollen wir dann auch endgültig den Namen fest haben und wenn durch da keine Einigung beim Namen ergibt dann bestimme ich einfach ein Mensch dieser Sven Ich ergänze mal Meeresrauschen Meeresrauschen Ja dann vielen Dank fürs Zuhören Ich hoffe es war einigermaßen erträglich und nicht zu lang Okay Es war nämlich ganz schön lang Das war länger als geplant Ich glaube wir haben hier auch sind hier auch manchmal ein bisschen Abgeschweift Abgeschweift und so und dann hat sich das ein bisschen rausgezögert Ja aber ich glaube das passiert das passiert immer Das kann man nicht vermeiden Wenn ihr Ideen für ein tolles Thema für den Podcast habt dann immer her damit ist es dafür nichts zu schade solange es irgendwo bei uns im politischen Rahmen passt und dann hoffen wir auf ein erfolgreiches Jahr 2012 Ja Ich hoffe ich habe schon eine Idee Was sind Sie? Und zwar Taskforce Wahlkampf Taskforce Wahlprogramm Das sind so zwei Kampfbegriffe schon dieses Taskforce Aber damit können nicht viele Leute was anfangen Also vielleicht möchte ja derjenige der das eingebracht hat das mal vorstellen Das wäre eine Möglichkeit Das wäre vielleicht eine Möglichkeit Ja Na klar gerade jetzt wir haben ja darüber gesprochen Politik Programme müssen erweitert werden müssen fortgeschrieben werden wer was ansteht und ich glaube damit kann man nicht früh genug anfangen Das einfach mal vorzustellen Okay So verabschieden wir uns für heute Einfach mal abschalten